So, Brettspiel-News-Team, diesmal mit Doppelgast. Und zwar haben wir uns auch, ich hoffe doch, sehr bekannte Prominenz dazu geladen. Meine Play-Through-Kollegen, die leider nur noch ohne mich aufnehmen, aber wir haben Daniel und Philipp dabei. Moin, ihr beiden. Hi, ist nichts Persönliches, Peter. Hi, ja, sorry, aber es spießt zu gut. Also wir konnten es nicht lassen. Als dass ich da mitmachen dürfte, das verstehe ich. Aus dem Team natürlich noch mit dabei, Dennis. Hi. Halli, hallo. Und das ist was Persönliches, Peter. Ja, und Lavinia ist weiterhin noch entschuldigt, kommt aber definitiv wieder dazu. Ja, was ist los? Warum seid ihr da? Essen steht vor der Tür, die Spiel ist bald da. Und wie alle wollen auch wir natürlich vorher darüber reden. Wir haben uns alle so ein bisschen vorbereitet. Wir haben ein bisschen im kompletten Brettspiel-News-Team rumgefragt. Schickt uns doch mal bitte wieder ein paar Beiträge, was euch so interessiert, welche Spiele oder überhaupt, worüber ihr reden wollt. Genau, was man natürlich erst mal feststellt ist, sie fängt diesmal auf dem 3. Oktober an, was ja schon mal irgendwie letztes Jahr, glaube ich, schon ein bisschen für so Aufsehen gesorgt hat. Wie erwartet ihr das? Was heißt das? Normalerweise ist der Donnerstag ja eigentlich wirklich so ein Hardcore-Fan-Tag. Und das könnte dieses Jahr tatsächlich sein, dass das eher auch dann das allgemeine Publikum, was uns eher am Samstag die Hallen einrennt, dass das auch schon am Donnerstag mit dabei wird. Ich rechne damit, dass der Donnerstag extrem voll sein wird und dementsprechend auch schon viele Dinge am Donnerstag vergriffen sein werden. Viel mehr als sonst schon. Das ist tatsächlich eine Prognose, der ich mich auch anschließen möchte. Ich habe, als ich gehört habe, dass die das hier zuvor haben, erst überlegt, das ist doch eigentlich ein dummer Plan, weil dann sind die Ferien ja noch gar nicht. Man dachte sich mal umgekehrt, in den Ferien sind ja auch gerade viele Familien dann auch mal weg in den Urlaub und so. Und ich glaube, die testen das jetzt, wobei sie jetzt natürlich schon fürs nächste Jahr wieder gebucht haben müssen. Also der Test, da gucken sie vielleicht, wie ist der Vorverkauf gelaufen oder so, um eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß nicht, wie weit man im Vorfeld schon die Hallen mieten muss fürs nächste Jahr. Aber definitiv könnte das aufgehen, weil sich dann vielleicht auch mehr Leute den Brückentag einfach nur nehmen, außerhalb der Ferien noch sind und dann mit einem Urlaubstag dann vielleicht doch mal nach Essen anreisen, wo sie es sonst vielleicht nicht gemacht hätten. Ja, also was mich auch noch interessiert ist, ob das dann so ein bisschen die restlichen Tage vielleicht entlastet, weil sonst bald ist sich ja schon heftig am Wochenende gefühlt. Also vor allem Samstag, Sonntag ist ja meistens schon dann gefühlt irgendwie ein Drittel mehr Leute auf der Messe als Donnerstag oder vielleicht auch manchmal Freitag ist manchmal auch gar nicht so schlimm. Und mich eben interessiert dann, ob sich das vielleicht so ein bisschen lockert, weil manchmal hatte ich das Gefühl, am Donnerstag konnte man eigentlich ganz gut navigieren, das war eigentlich ganz einfach durchzukommen. Und wenn es dann aufs Wochenende zuging, dann wurde es immer Stunde für Stunde eigentlich schlimmer und irgendwann hat man den Boden nicht mehr gesehen und auch nicht mehr das Ziel, wo man eigentlich hin wollte. Man hat es dann irgendwann aufgegeben manchmal. Da bin ich gespannt, ob das vielleicht so ein bisschen den Druck von diesem Wochenende runternimmt. Ich bin auch mal gespannt, ob das mit der neuen Messeaufteilung dadurch besser oder schlechter wird, weil das ist jetzt natürlich wieder direkt am Donnerstag der Hardcore-Test. Sie wollten das ja sowieso alles noch ein bisschen überarbeiten. Ich bin mal sehr gespannt. Ich vermute, dass Halle 3 nach wie vor einfach der Flaschenhalt sein wird. Und ja, bin mal gespannt, wie voll sich das Ganze schon am Donnerstag anfühlt. Ich auch. Ich persönlich finde es nicht so schön, dass sie es so gemacht haben. Das hat aber gar nicht die Gründe, dass ich Angst habe, dass es so voll ist, sondern ich habe einfach am Dritten keine Zeit. Darum habe ich mir aber auch überlegt, ich werde einfach nur dieses Jahr den Samstag und Sonntag da sein und mal nämlich genau gucken, das, was du gesagt hast, Philipp, ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass es dann sich so ein bisschen schon entspannt hat, weil nämlich der Donnerstag einfach ja von wirklich vielen Leuten genutzt werden konnte, die sonst vielleicht eben arbeiten mussten oder nicht da waren. Und ich mag den Sonntag sowieso eigentlich ganz gerne, weil ich immer das Gefühl habe, so spätestens ab, weiß nicht, frühen Nachmittag entspannt es sich sowieso, weil die Leute so ein bisschen anfangen runterzufahren, die Messe geht zu Ende, irgendwie, sie sind eigentlich schon teilweise beim Einparken, viele sind auch schon wieder abgereist und irgendwie macht das Spaß, dann auch nochmal da zu sein. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das trotzdem ganz fantastisch wird. Deine Hype-These, Dennis, weiß ich gar nicht, gibt es denn diese Hype-Titel, auf die so ein One am Donnerstag gehen wird? Da sind wir doch direkt im Thema Spiele. Hast du den Hype-Titel gefunden? Ich glaube, die gibt es. Da greifst du, glaube ich, unseren Beiträgen schon ein bisschen vor. Was ich schon noch ergänzen wollte, ich habe direkt, als ich den Termin gesehen habe letztes Jahr, habe ich gedacht, okay, das mache ich nicht als normaler Besucher. Und wie angekündigt quasi, mache ich das, was ich viele Jahre vorher auch schon gemacht habe. Ich bin mal wieder an einem Stand und werde Spiele erklären. Ich hoffe, dass das die Art und Weise ist, wie die Messe für mich erträglich sein wird. Weil als Besucher weiß ich nicht, ob ich darauf jetzt gerade am Donnerstag so Bock hätte. Aber ja, ich habe trotzdem Bock, merke ich. Das ist, es juckt trotzdem schon wieder. Ich bin sehr neugierig und freue mich schon sehr drauf. Und ich glaube tatsächlich, es wird Hype-Titel geben. Ich habe auch schon konkrete Dinge, bei denen ich sicher bin, dass sie eigentlich Freitag nicht mehr verfügbar sein werden. Ich habe da aber noch mal eine Gegenthese, Dennis. Weil gerade wenn die Leute die Spiele kaufen wollen, dann stehen die wunderbar geordnet mit Schlangen an. Und man kann einfach entspannt über die Messe schlendern. So war meine Erfahrung. Dann hast du das eigentlich, zumindest letztes Jahr, dass ich relativ gut über die Messe kam. Weil nämlich alle Leute anstanden. Man muss halt nur hier und da mal irgendwelche Anstehschlangen kreuzen. Mal sagen, kann ich mal durch, bitte? Das war es eigentlich. Ich habe ein Wort für dich und das ist Lorcaner. Ja, dann dreht sich halt die Schlange wieder raus aus der Halle. Dann spürt es mich auch nicht. Dann war auf einmal Halle 6 dicht. Bis nach Bochum. Ja, aber das ist tatsächlich auch noch ein spannendes Thema. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob sich das dieses Jahr wiederholt. Das sehe ich nämlich gerade noch nicht so unbedingt. Nee, das kann tatsächlich sein. Nein, wenn wir jetzt nur jemanden hätten, oder die sich mit Lorcaner auskennen würde. Lehrer. Tatsächlich bin ich bei Lorcaner auch überhaupt nicht drin, ob es da wieder irgendwie so eine Promoaktion gibt, wo die Leute heiß hinterherrennen werden, weil die Karten einfach so exponentiell im Preis steigen. Bei Star Wars Unlimited weiß ich, gibt es exklusive Messekarten. Das ist so ein Set aus fünf Liedern, die es halt eben jetzt in alternativen Artwork gibt. Und da ist es aber so, die bestellst du einfach vor. Dann konntest du dir irgendwie, ich glaube, über Asmodel direkt oder über die Star Wars Unlimited-Seite quasi ein Ticket erstellen und kannst dir das vorbestellen. Dann hast du einen Time-Sot, in dem du dir das abholen kannst. Also die sind sich sehr bewusst, dass es dann wahrscheinlich sonst einfach unendlich lange Schlangen geben würde und die Karten wahrscheinlich am Freitag ausverkauft wären. Entschuldigung, am Donnerstag. Die haben das so gelöst. Wie es die anderen machen, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, ob da noch Kontingent zum Beispiel da ist, also ob man da jetzt immer noch was kriegen kann. Viele machen es ja mittlerweile auch sogar so, dass sie ihre Spiele gar nicht einfach nur raushauen, sondern sagen, okay, das ist unser Kontingent für Donnerstag, das ist für Freitag, das ist für Samstag. Und Sonntag gibt es dann vielleicht noch ein etwas Kleineres. Aber dass sie sich das tatsächlich sogar tageweise einteilen. Also von daher könnte es auch sein, dass ich mich da komplett irre und die Titel, von denen ich denke, okay, die sind Freitag weg, dass es eben jeden Tag ein kleines Kontingent geben wird. Die Möglichkeit gibt es immer. Aber Dennis, willst du dann vielleicht direkt mal mit einem Titel starten? Ich habe so das Gefühl, du hast da den Hype erkannt und willst auch drüber reden. Eigentlich würde ich gar nicht drüber reden, in der Hoffnung, dass ich noch eins abkriege. Nein, ich glaube, der große Hype wird Castle Combo. Das ist ja von den Machern von Faraway, Catch-Up Games. Die haben ja letztes Jahr schon mit Faraway einen Kracher gelandet. Und dieses Jahr sieht es wieder ganz genauso aus. Abgesehen davon, dass wir auch die Faraway-Erweiterungen am Stand haben werden. Castle Combo sieht sehr, sehr cool aus. Das ist so ein Tableau-Building-Spiel im Prinzip. Neun Karten liegt man vor sich aus. Und die haben alle gewisse Fähigkeiten, interagieren miteinander. Sieht unglaublich puzzelig aus. Aber auch wieder sehr kleiner Fußabdruck. Ich glaube, wieder so schmale Regeln wie bei Faraway eigentlich. Aber mit ordentlich Anspruch dahinter. Sodass es wieder so ein Spiel ist, mit dem man alle eigentlich abholen kann. Wieder mit einem sehr, sehr coolen, ausgefallenen Artwork. Sie haben da, glaube ich, wieder auf die Rezeptur gesetzt, die auch Faraway zu einem Hit hat werden lassen. Aber anders. Und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das wird ein Messer-Hit. Ja, interessiert mich zum Beispiel mal gar nicht. Das wäre überhaupt kein Titel, wo ich hinrennen müsste. Aber genauso wie bei Faraway wäre ich auch nicht hingerannt. Ich glaube, das wäre so ein Titel gewesen, den ich letztes Jahr, wenn ich zufällig vorbeigelaufen wäre, und eben diesen Flow, der dem Spiel ja so ein bisschen, den das so umgeben hat, das mitgekriegt habe, dann hätte ich das vielleicht einfach mitgenommen, um es auszuprobieren. Eben weil das so eine kleine Box ist, wo ich denke, ach, come on. Weißt du, selbst wenn ich es dann nicht mag, dann bin ich sofort wieder los. Das heißt, das ist für mich so ein Titel. Ja, ob er da ist oder nicht. Ich werde merken, wie er ankommt, und ich werde den 100 Pro irgendwo mal mitspielen können. Also ich brenne da nicht. Ja, geht mir genauso. Also es ist so ein kleines Ding, das nehme ich so im Vorbeigehen mit, wenn ich sehe, dass es interessant ist. Aber das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie mir von vorher drauf irgendwie festnehme, oh, da laufe ich sofort hin. Vor allem, weil es auch klein ist, deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass es wahrscheinlich auch relativ viel davon geben wird. Und ich so, muss man keine Wagenladung voll machen. Also hat man mehr vielleicht Platz dafür. Vor allem nach den Erfahrungen mit dem letzten Titel haben sie vielleicht mal ein paar mehr gedruckt noch. Durchaus möglich. Aber spannend kann natürlich echt sein, dass auch durch eben Farway, dass so eine Vorschusslobe anhat, dass das alle einfach mal einpacken wollen. Ja, aber irgendwann gibt es ja jedes Spiel. Also wenn man ein bisschen Geduld hat, also dann kommt irgendwann eine Lokalisierung nach Deutschland, oder sei es dann irgendwie, dass doch nochmal ein anderer Verlag eine englische Version rausbringt, und dann kommt man dann doch wieder dran. Ja, ich habe so das Gefühl, seit diesem Arche-Nova-Hype haben wir so eine neue Hype-Thematik erreicht, dass man immer wartet, da muss wieder dieser Titel sein, und den gab es halt seitdem nicht wieder. Aber auch da gebe ich dir vollkommen recht, ich habe das auch so. Ich denke so, ich bin nicht mehr so, dass ich das sofort spielen muss, weil ich habe genug Sachen, und ich kann auch kurz abwarten mittlerweile. Das wird vielleicht mal wieder anders werden, aber zurzeit finde ich das ganz entspannt. Das absolut. Ja, da ist ja unser Pile-of-Shame-Format immer wieder sehr, bringt einem immer wieder bei, man kann auch mal entspannt bleiben, und man muss nicht jedes Spiel sofort haben. Aber ich denke, wenn ich auf der Messe bin, geht es mir wieder anders, dann spreche ich auch wieder anders. Dann ist die Vernunft wieder weg. Gelegenheit macht Diebe. Und Kunden. Und Kunden. Ja. Ey, Daniel, willst du dann direkt weitermachen, was du dir vielleicht dann da einpackst? Das packe ich mir jetzt nicht ein, aber da bin ich jetzt tatsächlich sehr verwundert, wo ich mich drüber freue. Ich habe heute eine Versandbenachrichtigung von der Spiele-Offensive bekommen, die ich schon nicht mehr erwartet habe. Und zwar wird es tatsächlich The Winners als Spiel auf der Messe dieses Jahr geben. Oh. Und das Spiel ist, ich habe mal nachgeguckt, ich habe es vor ungefähr drei Jahren bezahlt. Und es wird immer wieder verschoben und verschoben, und zwischendurch habe ich es dann schon wieder vergessen. Dann habe ich wieder dran gedacht, und da dachte ich, oh, mal gucken, was kommt. Und tatsächlich wird es jetzt die Tage zugestellt, noch vor der Spiel. Und das wäre so ein Spiel, was mich auf jeden Fall jetzt auf der Messe dann auch interessieren würde und was ich auch empfehlen kann, insofern, dass ich da halt schon mal vor drei Jahren oder vor vier Jahren einen Prototypen gespielt habe, zwei Partien. Und den fand ich tatsächlich cool. Das Besondere ist halt bei dem Spiel, es ist ein Legacy-Spiel mit einer App. Und ja, man hat halt so, spielt Halbgötter. Und das war echt witzig. Also wir haben es in einer Vierergruppe gespielt, das kann man mit zwei bis vier Personen spielen. Und das war richtig cool, hat Spaß gemacht. Und da freue ich mich jetzt einfach drauf. Und das war relativ kurzweilig. Die Regeln waren, glaube ich, auch überschaubar. Also bin ich mal sehr gespannt drauf. Also das kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, sich anzugucken. Das wird es in der Halle 2 am Stand E510 geben. Ja, bei B-Rex Entertainment. Krass. Ich finde gerade, dass das, glaube ich, so der Geheimtipp dieser Folge sein wird. Weil ich, also ich wusste auch mal, dass es dieses Spiel gibt. Hatte mich da auch wirklich drauf gefreut. Ich habe das nicht vorbestellt allerdings. Und dann habe ich das voll vergessen, weil das ja irgendwie nie erschienen ist. Und jetzt kommt es, sagst du. Und man kann es sich da angucken. Das wird es zu kaufen geben, weil jetzt, also ich bin ja Unterstützer. Ich bin ja Unterstützer, ich habe es ja damals in der Spiele-Schmiede mitgeschmiedet. Und das heißt, wenn es jetzt ausgeliefert wird, haben sie die Exemplare da. Und natürlich hauen die jetzt noch vor der Messe raus, damit sie mit gutem Gewissen auf der Messe verkaufen können. Bewerben sie auch auf ihrer Homepage-Karte relativ prominent. Ja. Ja, da gucke ich jetzt gerade nicht täglich. Sorry. Ich auch nicht, aber ich dachte, ich sage es mal Entschuldigung. Naja. Und wer will nicht mal gerne in die Rolle eines Halbgottes wandern? Schon wieder. Jeden Tag. Ach so, das ist für dich ein halber Schritt zurück, oder wie? Herr Doktor, Doktor. Daniel, da war ich doch auch dabei, oder? Ich kann mich so ein bisschen dran erinnern. Haben wir das nicht zusammen gespielt? Haben wir da zusammen? Das kann sein. Derechstag, ne? Ja. Ja, ich habe es mir gerade eingeholt. Ich hatte das auch komplett vergessen, dass dieses Spiel existiert. Und ich habe mir angeguckt, aber das kommt mir bekannt vor. Dann stimmt, dann waren wir da zusammen. Das war, also ich habe es lustig in Erinnerung. Das war ja, gut, das lag jetzt natürlich daran, es wurde sehr toll vorgelesen hier von der Person von der Spieleoffensive, die da bei war. Und da war, ich weiß noch, der hat ja fließend die Englischtexte direkt übersetzt im Kopf und dann quasi auf Deutsch vorgelesen. Das fand ich auch toll. Weil damals, ich glaube, die haben das noch vom Papier abgelesen, weil die App halt auch noch gar nicht da war. Das war also wirklich ein früher Status von dem Spiel. Und trotzdem hat es schon Spaß gemacht. Ich weiß noch, ich habe irgendjemand verprügelt und das wurde dann in der zweiten Partie wurde dann gesagt, das hatte halt wirklich Auswirkungen, dass ich da jemanden verprügelt habe. Da konnte ich halt so oder so entscheiden. Da habe ich halt so einen Arschmuf gemacht und das hat sich dann insofern gelohnt, dass ich dann halt in der nächsten Runde irgendwie genannt wurde, dass der und der das und das gemacht hätte. Ja, so nur zu Informationen. Also der Daniel hat natürlich nicht eine Person verprügelt, sondern im Spiel. Ich war dabei, ich kann das bezeugen. Okay, da bin ich ja froh, bevor es jetzt falsch verstanden worden ist. Hättest du so schön so stehen lassen können. Seitdem darf er auch nicht mehr auf die Bärex-Presse-Tage. Das hat nichts damit zu tun. Ich hatte keine Zeit. Cool. Ja, dann würde ich vorschlagen, hören wir uns mal den ersten Beitrag an. Jessie aus dem Team hat uns was geschickt. Und ja. Hallo, die Jessie hier. Ja, und ich werde mir definitiv Let's Go to Japan angucken auf der Messe. Ja, das erscheint bei A Rock Entertainment dieses Jahr auf Englisch, glaube ich, zunächst nur. Und ja, wir planen im Prinzip unseren ultimativen Japan-Trip. Was ich thematisch schon mal super finde. Man kommt ja nicht aller Tage nach Japan, aber man kann schon mal, man kann für den Fall, dass es mal so weit ist, schon mal vorplanen. Und wenn man das noch als Brettspiel machen kann, also was kann es denn Besseres geben? Um beim Japan-Thema zu bleiben, hätte ich noch die Weiße Burg-Tee-Zeremonie. Die erscheint bei Cosmos. Und während ich das Grundspiel die Weiße Burg letztes Jahr noch schändlich verschmäht habe und hart links liegen gelassen habe auf der Messe, bin ich dann über Umwege doch dahin gekommen und feiere das Spiel mittlerweile sehr. Es ist so kurzweilig. Man hat im gesamten Spiel nur neun Züge. Aber die muss man so clever gestalten, dass man über Kettenzüge möglichst viele Punkte sammelt und es macht halt immer wieder Spaß. Das, was ich jetzt von der Erweiterung gesehen habe, sieht für mich ein bisschen aus wie mehr vom Gleichen. Was ich aber persönlich gar nicht schlimm finde, weil ich das Grundprinzip von die Weiße Burg super schön finde und mich tatsächlich einfach freuen würde, wenn ich noch mehr Möglichkeiten hätte und das wird mir schon reichen. Aber ich werde es mir definitiv angucken. Die Weiße Burg T-Zeremonie auf jeden Fall auf meiner Liste. Dann haben wir noch Allerlei Zauberei. Das erscheint bei B-Rex beziehungsweise Miraculous. Und wir haben hier ein Roll and Ride, wo man mit einem W6, W8, W10 und einem W12, glaube ich, würfelt und von diesen vier Würfeln dann zwei einsetzen kann, um Gegenstände herzustellen oder Beschwörungen zu lernen. Denn man ist Besitzer einer Manufaktur für magische Gegenstände. Man versucht halt, die Kunden möglichst glücklich zu machen und ja, seine Konkurrenz auszustechen. Ich werde es mir definitiv angucken, obwohl sowohl das Genre als auch das Thema, also Roll and Ride und Fantasy ja mittlerweile beides schon ein bisschen ausgelutscht ist. Aber ich finde es trotzdem auch, also auch da wieder Artwork, super schön. Thema für mich persönlich auch und Roll and Rides mag ich auch. Ich finde alles daran trotzdem irgendwie super. Deswegen gucke ich es mir definitiv an. Und als letztes habe ich noch im Gepäck Iroh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wo man sich quasi eine Gilde aus 3x3 Mitgliedern beziehungsweise Karten zusammenstellen muss. Und man versucht über diese beziehungsweise über Effekte möglichst viele Punkte zu sammeln. Und ich muss zugeben, ich weiß da gar nicht so viel drüber, ich habe auch gar nicht so tiefgehend recherchiert, aber ich finde einfach das Artwork richtig, richtig süß. Die ganzen Karten und die Charaktere auf den Karten sind halt so putzige Chibi Manga Charaktere. Und alleine das reicht mir schon. Es reicht mir, dass ich mich da mal an Stand stelle bei Heidelberg und mal schaue, was das Spiel so kann. Ich habe wirklich Lust drauf und schaue es mir definitiv an. Ja, das also erstmal ein, ich sag mal, kleiner Ausschnitt aus meiner Liste von Spielen, die ich mir gerne angucken möchte. Alles andere würde hier leider den Rahmen sprengen. Deswegen höre ich jetzt auf zu reden und wünsche noch viel Spaß. Ja, die Jessie, also ich schätze es hat ja schon 50 Spiele auf der Liste, mindestens. Es war gar kein Hardruck Spiel dabei. Kein Metal. Ja, also das Ero, das sieht tatsächlich cool aus. Ich habe es mir jetzt auch mal angeschaut und das hat eine übersichtliche Karte mit einem sehr eigenwilligen Design. Also ich finde es auch auf jeden Fall, es macht neugierig, auch das Cover mit den verschiedenen Ausschnitten kann ich verstehen, warum das Interesse erwecken könnte. Das ist auch der Titel, der mich von denen, die Jessie gerade genannt hat, irgendwie am meisten interessiert. Auch weil man so wenig drüber weiß und es ist ein kleiner Deckbilder oder man baut da so ein Team zusammen, klingt ja auch erstmal ganz charmant. Let's go to Japan hat Vera nochmal auch bei uns im Team-Podcast schon mal gesprochen. Das klingt tatsächlich auch super und das klingt für mich nach so einem Wohlfühlspiel, ehrlich gesagt. Also eine tolle Grafik, so ein richtig schönes Feierabendspiel, wo man irgendwie sich einen Kaffee oder einen Tee zukocht und dann so diesen Trip plant. Das wird auf jeden Fall auf Deutsch bei Schwerkraft erscheinen. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das jetzt eine Messe-Neuheit ist oder ob es nur angekündigt ist, dass es irgendwann mal bei Schwerkraft kommt. Ich finde das Iro auch ziemlich spannend, aber jetzt gar nicht so sehr, weil mich der Look catcht. Also den finde ich auch gut, weil es halt wirklich mal einfach anders ist, aber wenn ich mir die Karten so angucke, also da wird ja doch davon geschrieben, dass da so irgendwie gegeneinander gekämpft wird, also jeder baut sich so ein Team auf und dann kämpfen die so gegeneinander, so habe ich das zumindest verstanden, da sind ja immer auch so zwei Werte in der Ecke, ich nehme an, das eine ist Leben und das andere Angriff oder so und das stelle ich mir auch ganz interessant vor, also es ist offenbar nicht nur so ein Deckbilder, wo man Sachen nebeneinander legt und dann kriegen die irgendwie so ein paar Boni und dann kriegt man Punkte dafür, sondern da scheint auch noch so ein bisschen Kampf irgendwie drin, also mit drin zu sein, das finde ich dann schon interessant, weil dann habe ich sofort so ein bisschen so eine Vorstellung von solchen Sammelkartenspielen so ein bisschen, da kämpft man ja auch mal mit irgendwelchen Viechern oder Leuten gegeneinander und das kann ich mir dann schon ganz gut vorstellen in so einer Box und die sieht natürlich auch sehr sehr hübsch aus und also das ist auch auf meiner Liste gewesen, zum Angucken und ich finde vor allem die Mechanik klingt erstmal interessant. Ich glaube, ich werde mir irgendwann tatsächlich nochmal die Weiße Burg angucken. Ich bin ja so überhaupt kein großer Euro-Fan und deswegen ist Essen sowieso immer als Euro-Hochburg okay, aber das, was ich bis jetzt gehört habe, könnte tatsächlich sein, dass das bei mir gut funktioniert, einfach weil es sehr runtergebrochen alles ist. Das klingt nach wie vor interessant. Bei allerlei Zauberer. Ja, okay. Ich glaube, also ich würde es eher einschätzen, dass es nicht unbedingt was für dich ist, weil es nämlich, es ist genauso runtergebrochen, dass du eigentlich da nichts anderes machen musst, als auf dieses Spielbord zu starren, um den besten Weg rauszufinden. Also es ist quasi der Kern des Euros, der da rausgeholt wurde. Okay, also weniger runtergebrochen und mehr ja, komprimiert. Genau. Sehr schön, die Essenz des Euro. Jetzt habe ich irgendwie weniger Lust auf das Spiel. Okay. Ich mache mal mit einem meiner Titel weiter, okay? Wo wir gerade bei Euro sind und auch noch die Hype-Welle haben. Ich habe es mir tatsächlich ganz einfach gemacht. Ich habe, um diesem Hype zu entgehen, habe ich mir zwei Titel vorbestellt, weil ich dachte, die möchte ich gerne mir angucken. Und der eine ist der, der, glaube ich, auf diverse Listen ganz oben auf der Eins steht. Das ist Seti, der neue Czech Games Titel. Und ich glaube, als sie das vor gefühlten, weiß ich nicht, Dreivierteljahr angekündigt haben, dachte ich, geil. Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht super cool aus. Czech Games hat erstmal Vorschusslorbeeren aufgrund dessen, was sie so machen. Unbekannter Autor, der allerdings in diversen Listen auch zweimal auftaucht, glaube ich. Also ich glaube, Galileo Galilei dreimal sogar, Philipp, okay. Also Galileo Galilei weiß ich gerade noch, ist von ihm das dritte, wirst du dann vielleicht gleich nachreichen. Genau, Teagarden ist auch ziemlich weit oben in der Hype-Liste, ist auch von ihm. Und sind deine ersten drei Spiele offenbar. Ja. Irre. Und genau, und Seti hat mich einfach so angesprochen, dass ich dachte, ich möchte das doch einfach mitnehmen. Es kommt im Deutschen bei Heidelberg wieder, also auch das wird schon einfach direkt lokalisiert da sein. Seti steht für Search for Extraterrestrial Intelligence, also sprich, wir suchen den Weltraum nach intelligentem Leben ab. Total geiles Thema, habe ich richtig Bock drauf. Ich mag ja auch Science-Fiction oder auch Science-Fantasy-Themen in Brettspielen, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Genau, und wir haben einfach so ein rundes Rondell, wo wir dann das Weltall ein bisschen drehen, das beeinflusst und die Arten, wie wir suchen können. Im Endeffekt ist es, glaube ich, ein, also wir werden nicht irgendwie wirklich Leben finden, sondern wir werden da und da Punkte machen dadurch und es geht nicht darum, wer quasi das findet, der gewinnt, sondern wir haben einfach, bauen da unsere, versuchen einfach Leben zu finden. Das haben wir irgendwie einen Kartenmechanismus und mehr weiß ich gar nicht, weil ich habe einfach Lust, mich hinzusetzen, mir das anzugucken und freue mich, das Spiel dann am Tisch zu lernen. Ja, mich interessiert das Thema auch total. Ich finde das Thema super. Ich mag auch generell so Hard-Sci-Fi eigentlich ganz gerne, also so, was ein bisschen näher an der Realität ist und nicht so voll abgespaced mit irgendwelchen Aliens, die Laser rumschießen und so. Aber mir sind die Spiele meistens viel zu heftig, also einfach zu groß, zu komplex und zu lang, weil das ist sehr häufig bei diesem Thema, habe ich das Gefühl, dass die Spiele sehr lang, groß und komplex sind und das sieht zwar immer noch ziemlich groß und auch noch relativ komplex aus, aber nicht ganz so schlimm wie die meisten anderen, die ich bisher so gesehen hatte. Deswegen habe ich mir auch gedacht, da werfe ich auch mal ein Auge drauf, aber ich glaube, da wird man eh nicht drum rumkommen auf der Messe. Genau und ich glaube eben, dass was du gerade meinst, dass es sich gar nicht so, dass man da keine Angst vor hat, das zu spielen, wie so ein richtig komplexer Euro, das sind eben die Verlage, also dass es eben Heidelbeer ist und Czech Games, ich glaube, wenn es irgendwie bei, ich weiß nicht, wem rauskommen wäre, hätte ich nämlich auch mehr Angst, wenn man würde sagen, nee, das ist mir glaube ich zu viel, da habe ich gar keinen Spaß mehr dran. Through the ages. Ja, richtig? Ja, das geht aber. Ja, ich meine, also wenn ich mir so angucke, also 40 bis 160 Minuten, das klingt immer noch nach nauerndlichen Investment, aber ich weiß nicht, auf mich macht es auch einfach nicht so einen beängstigen Eindruck wie manche andere aus dem Themengebiet. Ja, also bei mir ist es, also Czech Games Edition, die machen immer tolle Spiele, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich werde berichten, ich komme nicht mehr dran vorbei. Sicherer Pick, würde ich mal sagen. Aber ich mache mal weiter mit sehr unsicheren Picks, weil ich habe mir mal zwei Spiele rausgesucht, das sind zwei kleine, deswegen sage ich direkt zwei. Da habe ich mir an den Kopf gefasst und die fand ich einfach witzig und deswegen werde ich sie mir mal angucken. Das eine, die sind ausgerechnet beide in Halle 5, ich glaube, da hat die Messe schon direkt eine Vorsortierung vorgenommen. Erster Titel heißt Arschloch Mensch. ist ein kleines Kartenspiel mit dem Ziel, das größte Arschloch zu sein. Das ist so ein Mitbringen, Geschenkespiel, ne? Ja, aber dafür, für 27,90 finde ich das schon happig. Ja, Thema Setting, schwarzer Humor und Sarkasmus, also, ja, hört sich, zum Angucken auf jeden Fall mal lustig und bei einem Spiel, da habe ich mir wirklich einen Kopf gefasst, da dachte ich mir, wie kann man ein Spiel bitteschön Deadly Death nennen. Und das heißt Black Metal Band. Es heißt im spanischen Elmortel. Das klingt, als hätte das ein 14-Jähriger entworfen. Nein, das ist eine Portierung ins Englische, das ist ein spanisches Spiel, wenn man in der, also, wenn ihr schon die Spiel-App installiert habt, macht ihr, nehmt das Handy jetzt mal in die Hand, guckt mal nach, gebt mal Deadly Death ein, da werdet ihr dann auch das Cover von der spanischen Version sehen, wo eben auch Elmortel draufsteht und wenn man das übersetzt aus dem spanischen, automatisch, ich habe jetzt mal Deeple genommen, dann steht da einfach The Mortal oder The Deadly, aber nicht Deadly Death. Naja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, werde ich es mir mal angucken, das ist ein kleines Kartenspiel, war wohl in Spanien sehr erfolgreich, da steht, dass es 30.000 Einheiten verkauft hat, also irgendwas wird wohl dran sein, das ist auch tatsächlich eher so ein Mitbringenspiel, 15 Euro, hat auch schwarzen Humor, ja, kann man sich vielleicht auch mal angucken, wenn man eben auf so einen lustigen Titel raus ist, ist bei Atmos Games jetzt als englische Version dann verfügbar, verfügbar, in Halle 5, am Stand E-120. Ich fange mal mit dem Arschlochmenschen an, ich habe das dumpfe, das fühlt sich so an, als wäre es ein Mad-Spiel, so Mad-Magazin-mäßig, da gab es doch auch mal dieses Anti-Monopoly quasi, wo man mal das ganze Geld ausgeben musste oder so, das fühlt sich so ähnlich so vom Humor an. Ja, oder so ein Cards Against Humanity war das, was mir gleich als erstes in den Kopf kam. Das wollte ich auch gerade sagen. Genau, so derber Humor, ohne Rücksicht auf Verluste, so klingt das ein bisschen. Ja, ich muss dazu sagen, ich meine, ich bin im Englisch nicht so firm, vielleicht ist das, ja, Deadly, der ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, ein Witz, den man nicht jetzt versteht, als nicht natürlicher englisch sprechender Mensch, aber es hört sich nicht so an für mich. Tödliche Tode? Naja, also das sind so meine kleinen zwei Pics, wenn man Zeit und Lust hat, da in Halle 5 rumzuirren, dann sollte man sich dieses Spiel wenigstens mal einmal angeguckt haben, damit man was Lustiges zu Hause zu erzählen hat. Ja. Ich habe auch was Kleines, wenn wir schon bei kleineren Sachen sind, aber diesmal anscheinend ohne Humor. Und zwar Backstories Alone Under The Ice von einem französischen Verlag, La Boite des Jeux. Ich kann kein Französisch, war das ansatzweise in Ordnung? Es klang nur wunderschön. Oui, genau. Magnifique. C. Nee, das war jetzt aber irgendwas anderes. Das war mir dann lieber. Genau, und Backstories, das ist ein narratives Koop-Spiel, was ziemlich klein ist, ich glaube 15 Euro, also auch so eine kleine Box so in so einer Standardgröße von so einem Kartenspiel. Und das soll angeblich wie ein Point-and-Click-Adventure funktionieren, aber halt als Karten- beziehungsweise Brettspiel. Und das hat mich sofort an die Adventure-Games-Reihe erinnert von Cosmos, weil das funktioniert ja auch so ein bisschen so. Da hat man auch mal so Landschaften oder Räume mit so Zahlen, dann kann man mit denen interagieren, irgendwelche Gegenstände kombinieren oder so. Und so hat sich das für mich auch angehört und sieht auch so aus. Da kann man nämlich auch so Karten zusammenlegen, die dann so Räume ergeben. Und es geht wohl irgendwie darum, dass der eigene Bruder irgendwie verschollen ist und man muss den jetzt wiederfinden und der einzige Hinweis führt irgendwie zum Gipfel des Mont Blanc. Und jetzt muss man da hin und dann ist da alles voll Eis und man ist in irgendwelchen Höhlen unterwegs. Und das klingt erstmal für mich ganz interessant, wenn halt die Story gut ist. Das weiß man natürlich vorher nie. Aber es hat mich halt sofort an diese Adventure-Games erinnert und die fand ich am Anfang sehr gut. Die wurden mir irgendwann zu sehr ausgeschlachtet und teilweise auch ein bisschen zu abgefahren. Aber das klingt dann doch ganz interessant und vor allem fand ich eine Mechanik auch ganz cool und zwar steht der Text, also man muss ja immer so Textpassagen vorlesen, wie bei so einem, wie so einem Adventure-Buch, wie auch bei anderen Spielen. Und da muss man das nicht, da stehen diese Texte, also was passiert, steht quasi auf den Karten schon selbst und man findet die raus, indem man eine Aktionskarte nimmt, zum Beispiel, wenn man irgendwie suchen will, also einfach nur einen Raum durchsuchen, dann ist da so eine kleine, das ist wie so eine kleine Schablone, da ist dann so ein bisschen ausgespart in der Karte und die legt man auf die Rückseite dieser Karte und dann sieht man nur den Paragraf, den man halt gerade lesen soll und den anderen Kram nicht. Weil das ist mal, was mich bei solchen Spielen stört, dann guckt man in das Buch rein und sieht Sachen, die man eigentlich noch gar nicht sehen sollte oder es muss halt irgendwie in so eine App ausgelagert werden, was mich eigentlich persönlich meistens eher stört und das finde ich eine ganz interessante Lösung, vor allem auch eine schöne, kleine, platzsparende Lösung, die auch sehr unkompliziert und irgendwie eingängig klingt und das fand ich eigentlich ganz, ganz hübsch und sieht auch schick aus und jetzt muss nur noch die Story gut sein. Cool. Und das ist aber wahrscheinlich dann auf Englisch und Französisch nur verfügbar? Genau, ich habe nur die englische Version bislang gesehen, also nur die englische kommt im Moment raus, ich nehme mal an, die werden erstmal gucken, wie es läuft und dann kommt dann hinterher noch was, also wenn es durch die Decke geht wie Adventure Games, dann gibt es das wahrscheinlich in allen Sprachen auf der Welt bald, aber ja, aber bisher nur englische Version, aber das hindert mich jetzt erstmal nicht. Wenn wir bei was ganz, ganz Kleinem sind, dann habe ich nämlich auch noch eine Kleinigkeit. Ich war ein bisschen überrascht, dass nach zehn Jahren eine Erweiterung für ein Spiel rauskam und ja, es ist keine richtige Erweiterung, es ist so eine Mini-Expension, aber auch nach zehn Jahren irgendwie ein bisschen merkwürdig und zwar ist das für Abyss. Da gibt es eine kleine Mini-Erweiterung mit irgendwie zehn, neun Overlords, Elders, wie auch immer sie heißen, Edeln, die man für seinen Hof dann anwerben kann. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ist die denn schon auf Deutsch da? Nein, auf Englisch und Französisch. Ja. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt auf Deutsch kommt. Keine Ahnung. Ja, bis es auch so ein Spiel ist, irgendwie auch schon so ein Klassiker gefühlt. Habe ich auch schon häufig gespielt und immer sehr gemocht, aber nie gekauft aus irgendeinem Grund. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, warum. Es stand schon oft auf meiner Liste und das ist immer noch, dass immer noch was Neues dafür kommt, finde ich auch interessant, aber vielleicht haben auch diese spieleoffensive Version aus den letzten Jahren, das ist doch gar nicht so lange her, dass die die alle auf Deutsch gebracht haben, in so einer neuen Version. Vielleicht hat das so ein bisschen neues Interesse auch am Spiel geweckt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das daran vielleicht liegt, auch wenn das dann natürlich komisch ist, dass keine deutsche Version sofort kommt. Ja, wobei das kleine Kartenspiel, dessen Name ich gerade nicht weiß, das heißt, das ist ja auch oft nochmal auf Deutsch gekommen. Conspiracy. Danke. Bitte. Ich glaube, Abyss ist halt irgendwie so einzigartig. Es gibt wenig Spiele, die so ein ähnliches Spielgefühl erzeugen, glaube ich, und vielleicht ist das so ein Grund, warum dann doch das immer wieder nochmal im Bewusstsein bleibt. Nun gut, apropos Bewusstsein, hier ist was zum Zuhören. Ich weiß nicht, wie diese Überleitung funktioniert, ist auch egal. Hallo, Uwe von Brettspiel News hier. Die Spiel24 steht vor der Tür und genauso wie die anderen aus dem Team habe auch ich einige Spiele auf dem Zettel, die ich mir unbedingt angucken möchte. Spiele, die es mir besonders angetan haben. Und das ist aktuell gar nicht so einfach, weil in den letzten Jahren geht es mir immer wieder so, dass ich den Eindruck habe, übersättigt zu sein, von all den Neuheiten, vor allem im Bereich der Eurogames. Nichtsdestotrotz möchte ich als erste empfehle oder als erstes Spiel, das mich gepackt hat, Black Forest von Uwe Rosenberg nennen. Ein Spiel, das schon vor zehn Jahren in der Pipeline stand, jetzt erst veröffentlicht wird und letztlich ein klassisches Spiel aus der Feder des Erfolgsautors ist. Ja, wieso spricht mich das Spiel an? Ganz einfach deswegen, ich selber bin an der Pforte zum Schwarzwald aufgewachsen, mache dort nach wie vor sehr gerne Urlaub und fühle mich dadurch einfach der Region immer noch verbunden. Insofern hat mich das Thema einfach gefixt und Uwe Rosenberg Spiele, so klassisch sie auch daherkommen, so spannend finde ich sie einfach nach wie vor. Als zweites Video Game Champion, ein Set Collection Hand Management Spiel, wo man als Teenager versucht, in das Video Game Universum einzusteigen. Auch hier hat mich einfach das Thema begeistert. Genau, dann mein dritter Titel, der mich interessiert, ist King of Tokyo Duel, eine Zwei-Personen-Variante des Klassikers aus der Feder von Richard Garfield. King of Tokyo ist immer noch eines meiner absoluten Lieblingsspiele und kommt als Absacker immer wieder auf den Tisch, aber zu zweit funktioniert es leider nicht sonderlich gut und da ich hauptsächlich mit meiner Frau spiele, freue ich mich jetzt schon sehr auf die Zwei-Personen-Variante, von der ich einiges Gutes schon gehört habe. Der vierte Titel ist dann Arx, das ja hier und da schon als eines der besten Spiele, der des Jahrzehnts gehypt wird, soweit würde ich vielleicht jetzt noch nicht gehen, das wird erst die Zeit zeigen, aber nichtsdestotrotz ist um das Spiel ja ein sehr großer Hype entstanden, insofern werde ich mir das zumindest mal anschauen gehen. Genau, und last but not least noch ein weiteres komplexes Spiel, die Anarchie, wenn man so möchte, der gedankliche Nachfolger von Hadrians Wall, der wird bei Schwerkraft erscheinen und es ist ein Flip-and-Ride-Spiel mit dem Thema Burgen bauen und das spricht mich als Mittelalter-Fan unglaublich an und diese Kombination aus dem Thema und dem Flip-and-Ride-Mechanismus haben mich hinterm Ofen hervorgeloggt und ich bin schon sehr gespannt, wie das Spiel werden wird. Aber das sind die Spiele, auf die ich mich am meisten freue und jetzt viel Spaß auf der Messe und viel Spaß beim Spielen. Auch wieder spannende Titel, ne? Da hat der Uwe ja direkt zwei Personen hier im Team sofort angesprochen, einmal den Dennis mit King of Tokio und einmal mit Arx wahrscheinlich den Philipp würde ich mal schätzen. Warte, warte, und Dennis hat er gleich nochmal angesprochen mit Uwe Rosenberg. Ja, ja, ne, ne. Meine Abneigung gegen Rosenberg ist ein wenig zurückgegangen, das wird nie mein Lieblingsautor werden, aber, ja, es gibt Schlimmere. Für die zwei. Richtig großen Hammer-Spiele hat er ja auch schon länger nicht mehr rausgebracht, ne? Also, es war immer so ein bisschen Hype um die Spiele, aber das ist so richtige Kracher, wo man so richtig alle hinterher waren, das ist auch schon eine Weile her jetzt beim Uwe, oder? Gefühlt ja, also, das jetzt gerade, ich hatte gar nicht im Blick, dass das ein zehn Jahre altes Spiel im Prinzip ist und ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich auch ein Vorteil sein, weil Uwe hat ja Kinder bekommen und hatte einfach nicht viel Zeit, komplexe Spiele zu entwickeln und deswegen sind halt so viele leichte Spiele erschienen in den letzten Jahren, die sich halt ein bisschen schneller spielen. Ich meine, zuletzt Ativa war ja, glaube ich, schon wieder ein bisschen komplexer zum Beispiel. Und Alibor Kanal kam auch, also, genau. Das ist jetzt auch wieder, aber das ist jetzt die neuesten Spiele. Er hatte halt eine Phase, wo er nur leichte Spiele, das sagte er auch selber in Interviews, oder einfach jetzt mit Kleinkindern und so, da hast du den Kopf nicht dafür. Und wenn das halt jetzt schon ein älteres Spiel ist und man hat jetzt halt jetzt längere Zeit nicht mehr so diese klassischen Uwe Rosenberg-Spiele bekommen, dann finde ich das schon durchaus interessant. Also, mich hat das Spiel zum Beispiel alleine schon mit dem Cover gehabt, als ich das das erste Mal gesehen habe. Also, Schwarzwald liebe ich auch, aber es könnte ja auch so, es könnten ja viele deutsche Wälder sehen ja so aus. Und ich fand es sehr ansprechend, so vom Setting her, finde ich es ansprechend und ich persönlich mag jetzt halt auch Uwe Rosenberg-Spiele ganz gerne. Also, ich finde es tatsächlich, wenn ich jetzt höre, zehn Jahre alt, könnte es was werden. Eigentlich will der Uwe ja gar keine Spiele designen, eigentlich will der ja eigentlich nur einen Bauernruf haben. Ich bin der fest Überzeugung. Ich finde das Spiel eigentlich auch ganz interessant, auch wenn ich überhaupt kein Uwe Rosenberg-Fan oder Genießer bin. Ich habe das eine oder andere gespielt, die Klassiker, die man so kennt von ihm, die habe ich alle mal angespielt, außer Bonanza. Bonanza ist eins meiner Lieblingsspiele, aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Aber ansonsten bin ich kein großer Fan, aber das Spiel interessiert mich auch und das wurde jetzt auch so ein bisschen als Glass Road 2.0 irgendwie immer so angeteasert von vielen Leuten, die es schon mal irgendwie ausprobiert haben oder so und das finde ich jetzt auch ganz interessant. Das Thema finde ich auch ganz spannend. Also ich bin jetzt nicht total gehypt drauf, aber das werde ich mir glaube ich auch mal angucken und Rosenberg war für mich in den letzten Jahren eigentlich immer so ein Name, der mich eigentlich nicht interessiert hat. Das geht mir ganz ähnlich. Ich habe die auch einfach alle irgendwie in den letzten Jahren links liegen gelassen und eigentlich auch gar nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern weil es mir zu ähnlich war, glaube ich. Also ich habe, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber dieses typische, hast du einen Rosenberg gespielt, hast du einen Rosenberg gespielt? Und ich hatte mir Lust, mir glaube ich einfach was anderes anzugucken. Nichtsdestotrotz sage ich hier auch, ich finde das Thema richtig cool. Irgendwie erstmal, obwohl es einfach nur der Schwarzwald ist. Das Cover sieht toll aus und könnte tatsächlich was werden, würde ich auch gerne mal mitspielen. King of Tokyo Duel hat mich wieder so ein bisschen verloren, weil ich einfach keine zwei Spielerspiele spiele. Sonst wäre das sicherlich auf meiner Liste, aber fällt aus. Ich bleibe beim Normalen, macht auch weiterhin Spaß. Ich hoffe, ich muss mich mal hinterher mit Uwe austauschen. Ich drücke die Daumen, dass das ihm und seiner Frau endlich viel Spaß macht. Ich dachte, kurz zu reden das von Herrn Rosenberg, dachte ich stark, dass du den zum King of Tokyo Duel fragen willst. Videogame Champion hat er noch genannt, das finde ich ja einfach vom Thema einfach ganz fantastisch. Allein der Name reicht ja, dass ich da Bock drauf habe. Dann habe ich mir das Spiel angeguckt und ich habe so ein bisschen Sorge, dass das nicht so viel ist, dass das so ein Set Collection Kartensammel Ding ist. Ich werde mir das angucken, ich werde da glaube ich dran vorbeigehen und mal ja nochmal einen zweiten Blick dem riskieren und eben gucken, ob ich recht habe mit dem, was ich befürchte oder hoffentlich nicht. Aber das müssen wir halt sehen. Auch da, Uwe, finde ich eine richtig coole Wahl. Schau mal, was das kann. Das ist total interessant, weil bei mir war es genau das Gegenteil. Weil das spricht so für mich so ein bisschen klischee-mäßig so diese Retro-Gaming-Sache an. Und das stößt mich deswegen sofort eigentlich eher ab, weil es davon einfach, weil dieses Retro-Nostalgie auf die Tränendrüse gedrückt wird, das catcht mich einfach nicht mehr. Also ich weiß es nicht. Und das sieht dann halt auch so aus, wie du schon sagtest, so Set Collection, Hand Management, das hört sich auch für mich nach ein bisschen zu wenig an. Und wenn es jetzt irgendwas Komplexeres wäre, dann würde ich sagen, okay, vielleicht ist das cool. Aber ich habe so ein bisschen auch so die Sorge, dass es dann einfach so ein bisschen versucht, auf dem Thema so zu reiten. Ja. Und dann einfach so halt diese Nostalgie-Gefühle bei Leuten einfach zu wecken und damit Kunden zu finden. Und das, da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Das Spielmaterial sieht auch so meh aus. Also es gibt ein paar Karten, die eigentlich vorne auch auf der Box abgedruckt sind. Und ansonsten hat man lauter farbige Plättchen mit Dreiecken drauf, also mit einem Plague-Button oder einem Smiley oder irgendwie sowas, in verschiedenen Farben gedruckt. Also es sieht alles nicht so, klar, das sagt jetzt nicht so das Spiel aus, aber ich sage mal, da wird jetzt mehr Setting verkauft, als das Spiel tatsächlich bietet, vermute ich am Ende des Tages. Ich teile da eure Bedenken vollkommen. Ich war ähnlich interessiert wie Peter, als ich den Titel und so gelesen habe. Dann zwei, drei Blicke und die Begeisterung schwand immer mehr und machte einer sehr großen Skepsis Platz. Es gibt häufiger, finde ich, jetzt so diese allgemeinen Videospieltitel. Keine Ahnung, Plattformer oder so würde mir da einfallen, sowas generisches. Oder da gab's einige jetzt schon von und so richtig gezündet hat da, glaube ich, bis jetzt noch keiner wirklich. Zumindest von diesen generischen, die nicht einen konkreten Titel irgendwie umgesetzt haben. Ja, also ich erinnere mich jetzt an das alte Bossmonster, ich glaube, das war halt so ein Pixel-Art-Spiel und das war auch so, für das, was es gemacht hat, war es in Ordnung. Hat jetzt nicht versucht, irgendein Setting zu kopieren, das war ja echt ein Spiel, das ging immer gut. Ja, aber da ging es halt nicht um Retro-Gaming, sondern da war das mehr wirklich so die Maske, die da übergestülpt war. Ja, ja, das stimmt. Ja, und auch wenn ich mir dann, also auch die beiden Autoren, da ist jetzt auch noch nichts, was mir irgendwas sagt oder was irgendwie ein Hit gewesen wäre. Ganz neu sind die beiden offenbar auch nicht, also da ist irgendwie gar nichts, also manchmal habe ich auch einfach Interesse an was, weil einfach ein neuer Mensch dahinter steht, der noch nie irgendwas gemacht hat und der haut dann sofort irgendwas raus, was ziemlich hoch in so eine Hype-Liste landt, was ich dann automatisch irgendwie interessant finde, weil ich mich frage, wie das funktioniert hat. Aber da, da habe ich jetzt einfach nichts mehr gefunden. Also je mehr ich es mir angeguckt habe, desto weniger Interesse hatte ich dran. Und ich hatte schon von Anfang an nicht viel. Dann sollten wir dem Spiel vielleicht auch nicht mehr Raum hier geben. Wie ist es denn mit dem Elefanten im Raum? Arx? Ja. Komm, Leder, mal einen raus, Philipp. Ich habe gehört, das soll ganz gut sein. Sieht aus wie ein nettes, kleines Weltraumspiel. Und Weltraum mögen wir ja. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass es das Spiel des Jahrzehnts ist, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber alles, was ich bisher darüber gesehen und gehört habe, klingt schon ziemlich fantastisch. Und vor allem halt dieses Design, also für alle, die es nicht irgendwie mitbekommen haben oder für die solche Spiele nicht sind. Arx ist eben von Leder Games, also die machen von Rude und Oath und noch ein paar anderen. Also auch mit Cole Worthy zusammen, der auch einer von den Autoren ist, die von manchen Leuten so ein bisschen angebetet werden. Ich gehöre übrigens nicht dazu, möchte ich nur mal sagen, falls ich Unterstellungen gleich kommen. Und das Spiel ist halt so ein Weltraumspiel, ist nicht ganz 4X, aber geht so ein bisschen in die Richtung, so Space Opera mäßig mit viel Kampf und viel Politik und Intrigen und so ein Kram. Und das Interessante am Spiel ist eigentlich, dass es eigentlich so ein Skirmish Game ist, so wie Rude eben, wo einfach nur alle gegeneinander kämpfen und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Aber es gibt auch noch einen Kampagnen-Teil, der das Spiel dann in so ein riesiges Kampagnen-Teil irgendwie verwandelt, wo das ganze Spiel ein bisschen umgeworfen wird und man dann solche Kampagnen draus spielt. Und es soll beides fantastisch sein. Also es soll nicht nur das eine soll gut gewesen sein, das andere ist dann so irgendwie, ja komm, wir brauchen noch irgendwas, was wir in Kickstarter reinpacken können, sondern beides wird als absolut fantastisch beschrieben bislang. Und was mich von Anfang an eigentlich im Spiel besonders interessiert hat, außer halt das fantastische Artwork von Kyle Farron, was einfach großartig aussieht, wieder mal, ist, dass das Spiel auf einem Stichmechanismus basiert. Also man spielt Stiche, also wie bei so einem Kartenstich-Spiel spielt man immer, spielt jeder eine Karte und dann gewinnt die Höchste mit Trumpf und den typischen Sachen, die man kennt. Aber diese Stiche legen die Aktionen fest. Also welche Aktion mache ich jetzt? Möchte ich Bewegung machen? Möchte ich Schiffe bauen? Möchte ich kämpfen? Möchte ich Ressourcen sammeln? Und solche Sachen. Und das konnte ich mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen. Je mehr ich mir das Spiel angeschaut habe, desto interessanter sah das aus und auch desto facettenreicher sah es aus. Und das Nächste, was mich am Spiel fasziniert hat, ist, dass es eine ganze Menge Siegbedingungen im Spiel gibt, ganz anders als, so ähnlich wie bei Oath, wo es ja auch eine ganze Menge Siegbedingungen gibt, die die Leute alle erreichen können. Und das Besondere bei ARCs ist, dass die von den Leuten, die am Spiel teilnehmen, erst aktiviert werden müssen, bevor sie erreicht werden können. Das heißt, am Anfang sind noch keine Spielziele quasi da und die müssen dann erst getriggert werden. Und wenn man einen so Ziel triggert, dann sagt man natürlich, hey, so würde ich gerne gleich gewinnen. Und dann können natürlich alle anfangen, dagegen zu arbeiten oder vielleicht ein anderes Ziel aus dem Ärmel zu ziehen, was dagegen irgendwie spricht. Und es sieht schon sehr, sehr komplex und vielschichtig aus, aber halt aufgrund dieser Stichmechanik doch irgendwie auch ein bisschen eingängig. Weil dieses Stichspiele, Karte in der Mitte, eine gewinnt und die Person darf dann irgendwas Besonderes machen. Das kennt man, das ist bekannt, das ist eingängig. Und dann ist da so ein größeres Weltraum-Ding draufgeklatscht, was einfach auch irgendwie spannend und interessant aussieht. Ich bin da auch super neugierig drauf. Ich habe ein bisschen bei mir die Sorge, dass ich einfach gerade nicht die regelmäßige Runde zusammenkriege, die dieses Spiel, glaube ich, braucht. Und wenn du die nicht hast, dann ist, ich glaube nicht, dass das ein Titel ist, den man gerne einmal im Vierteljahr rausholt, um ihn dann zu spielen, sondern das ist ein Ding, das will man, glaube ich, recht häufig in recht kurzer Zeit spielen. Und das sehe ich bei mir leider gerade nicht. Aber ich finde es total interessant, alles, was du gerade beschrieben hast, denke ich, ja, okay, und los. Lass uns anfangen, lass uns das ausprobieren. Super neugierig. Es kommt allerdings auch die deutsche Version bei Spielworks. Die wird, glaube ich, zur Demo auf der Messe sein. Wann die dann genau rauskommen wird, weiß man, glaube ich, noch nicht. Oder ist zumindest nicht bekannt. Ich glaube, Q2 nächstes Jahr habe ich. Okay. Im Kopf. Und allein das ist so ein Grund, warum ich mich da auch zurückhalten kann, weil aus dem eben genannten Grund und dem kann ich auf jeden Fall abwarten und mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ja, ist Leder Games, ne? Das ist bei denen immer, also bei den Spielen, gerade bei den Call of Duty Spielen, ist das natürlich immer, dass die sind so kompliziert und müssen erstmal so viel entdeckt werden, dass man da wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile dran arbeiten muss, bis man überhaupt im Spiel angekommen ist. Und dann mit unterschiedlichen Leuten wird es schwierig. Was mich aber gewundert hat, ist das Spiel, also Arcs, habe ich jetzt schon häufiger gelesen, dass es auch so dritt sehr gut sein soll, was auch sehr untypisch für diese Call of Duty Leder Games Spiele ist, was sehr gut für mich ist, weil das ist eigentlich hauptsächlich meine Spielerzahl, aber ich habe auch eigentlich keine Gruppe, mit der ich sowas spielen könnte, aber die Hoffnung stirbt zuletzt oder so. Ja, genau. Ich finde es ja immer sehr mutig, die Designs, die die machen. Die trauen sich wirklich was. Bis jetzt konnte noch keins ihrer Spiele bei mir wirklich zünden, aber jedes Mal lassen die sich irgendwie eine ganze Menge einfallen und packen da so viel ja Ideen, Kreativität und auch eben eine ganze ordentliche Portion Mut, finde ich, in die Designs mit rein, dass da immer eine spannende Mischung bei rauskommt. Und deswegen werde ich auch bei Arcs mal einen Blick riskieren. Ich habe allerdings vielleicht etwas niedrigere Erwartungen. Ich glaube, das sind eben Titel, so ähnlich wie Philipp das eben schon angedeutet hat, die kann man wirklich entdecken. Das heißt, wenn du dir im Jahr ein Spiel kaufst, dann hol dir einfach eins von denen. Dann hast du wahrscheinlich mit deiner Runde einfach ein Jahr lang so viel Spaß und entdeckst so viel Neues und kannst das eben anders als so ein typischer Euro, der sich dann doch irgendwann immer ähnlich spielt oder man so seine Strategien raus hat, hier noch viel, viel weiter entdecken. Ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen in der Schleimspur schwimmen, die ich selbst hinterlassen habe. Was weiß ich an, was ich persönlich an den Ledergames, Call-Wirly-Games so mag, ist, dass die sich immer so unfassbar seltsam und neu und innovativ anfühlen. Also, weil mir ist schon in den letzten Jahren, also in den letzten, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Jahren, ist mir so manchmal so ein bisschen die Spannung abhandengekommen, gerade bei Eurogames, wo ich das Gefühl habe, es stagniert so ein bisschen, man kriegt ständig was Neues, aber irgendwie fühlt sich das nicht mehr so krass an, sondern irgendwie als wäre es schon da gewesen, als nur so ne, so neuer Salat mit den Sachen, die man eigentlich schon kennt, nur halt irgendwie mal in die andere Richtung gerührt. Und die Ledergames-Spiele, die fühlen sich immer so, so, so frisch an, so krass neu und mutig, finde ich, ist genau das richtige Wort. Es ist, das ist, und ich kann mir auch nie vorstellen, wie die das hinkriegen, diese Spiele irgendwie zu playtesten, weil das ist ja so ein irres Ding. Und dann auch noch dieses Zweigeteilte mit dieser Kampagne. Und ich, man hört bei diesen Spielen auch ganz selten, dass sie super unbalanced sind. Also Oath war nicht super unbalanced, Root auch nicht. Und Ark soll es jetzt auch nicht sein. Also Hut ab vor deren Spieltesting, dem System, was sie da haben. Apropos Salat und immer wieder was Neues. Mein zweiter großer Titel ist der Second Obvious Pick, würde ich mal sagen. sagen, ich muss mir den neuen Feld angucken, leider. Ich habe da auch, auch da echt lange mit mir zu tun. Feld Salat, ich verstehe deine Überleitung. Danke, sie hatten Hand und Fuß und immer wieder was Neues. Fühlt sich immer anders an oder so. Ich weiß nicht mehr, was Philipp alles gesagt hat. Ja, ich habe echt ein bisschen lange mit mir gerungen, ob ich da Bock drauf habe, weil das natürlich jetzt überkomplex ist. Was so ein bisschen der Ausstieg ist, ist auch wieder der Verlag. Bei Deprint kommt das jetzt raus. Es ist nicht in der City Games Collection Reihe, bei Queen Games. Es ist ein Simulationsspiel. Also das ist auch so ein Triggerpunkt natürlich. Und ich habe einfach richtig Lust und ich hoffe, dass ich die Zeit finden werde, mich irgendwie da reinzufuchsen. Weißt du, mich wirklich von mir aus auch einfach mit einem Kumpel oder mit einer Freundin hier an den Tisch zu setzen und einfach so den Kopf in so ein Spiel vergraben zu können. Und ich glaube, das ist genau das richtige Ding dafür. Das ist so ein Teil, wo man sich einfach ein Abend, ein Wochenende, zwei Wochenenden einfach rein arbeiten möchte und das aber im guten Gefühl. Also ihr wisst, was ich meine. So dieses positive Sich-Wor-Rein-Grübeln. Und das ist meine Hoffnung in diesem Titel und ich glaube, das kann der. Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es. Ich suche noch immer nach meinem Civ-Spiel. Ich bin eigentlich großer Civ-Spiel-Mensch. Also ich mag die Idee davon eigentlich sehr gern, aber es gibt einfach nicht ein einziges, was so alles trifft. Also wo ich so wirklich sage, das ist jetzt, es ist nicht so krass wie das alte Civilization. Ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt. Das ältere, ich weiß nicht mehr genau, von wann das war, aber es war glaube ich so 2010, 11, 12 oder so, glaube ich, kam das in der Richtung. Das war einfach Civilization, das Videospiel quasi emuliert. Und das war wirklich sehr nah am Original. Das hat aber halt auch sechs Stunden gedauert. Vielleicht müssen wir mal auf so ein Brettspiel in der Woche eine so ein Mega-Civilization spielen, wo man mit 15 Leuten am Tisch sitzt und ich weiß, was das andere Ende macht. Ich bin so raus. Ich mag ja Civilization, aber da wäre ich auch, da würde ich wegrennen. Nee, aber ich suche immer noch nach einem Civ-Game, ein Brettspiel, was mich so richtig catcht. Ich habe noch keins gefunden, ich habe schon sehr viele ausprobiert. Und die sind mir immer entweder zu lang und zu anstrengend, wie das, wovon ich gerade gesprochen habe, oder es ist dann zu klein und runter gedampft, wie das Civilization-Brettspiel, was dann später rauskam. Das war dann einfach zu wenig. Da war dann einfach nichts mehr von diesem Civ-Gefühl drin. Und vielleicht trifft ja das diese Kerb. Ich habe es mir auch gar nicht groß angeguckt. Ich werde es mir einfach auf der Messe anschauen und mich hinsetzen und hoffen, dass ich es mal spielen kann und einfach hoffen, dass es gut ist. Genau, also wie viel Civ es tatsächlich ist, weiß ich eben auch gar nicht. Also thematisch sind wir ja irgendwie so eine Art Götter, die dann ihre Volk sozusagen lenken und das ist mir alles egal. Ich finde auch, also die Gestaltung finde ich auch schon wieder echt fragwürdig. Das ist auch so ein Cover, was ich mir angucke und denke so, oh das muss doch nicht sein. Also das spricht mich alles nicht an. Und der, was ich gerade meinte, der Grund ist wirklich, dass ich einfach so Hoffnung habe, dass ich mich da so rein grübeln kann und das eben in gut. Auf sowas habe ich einfach richtig Lust. Aber es spricht, finde ich, total viel dagegen. Also es könnte auch wieder so ein Sechs-Stunden-Klopper sein, wenn du mit den falschen Leuten am Tisch sitzt, so eine Downtime-Hölle. Schauen wir mal. Aber Dennis winkt, ja, hallo. Das wäre mein Albtraum. Ich möchte es mir unbedingt angucken und das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, na, dann nehme ich es doch einfach mit, weil los wird man das auch auf jeden Fall wieder, wenn ich merke, das ist nicht meins. Naja, dann mache ich mal mit Spiel weiter, was auch zu den vorher genannten Pass, nämlich ein Duellspiel habe ich im Angebot. Und dieses Mal geht es aber ums Duell um Mittelerde und zwar hier das neue Herr-der-Ringe-Spiel. Da habe ich den Vorteil, dass ich es tatsächlich schon spielen konnte. Wir hatten jetzt hier in Köln, das ist bei mir ein näheren Event von Asmodee, da bin ich hingefahren, konnte es da mal mir angucken, habe es auch mitbekommen und habe es jetzt quasi zu Hause in aller Ruhe schon mal ausprobieren können und das tatsächlich, das hat mich richtig überrascht. Also erstens, ich habe natürlich jetzt erstmal, bin jetzt nicht der Spezialist für Seven Wonders Duel, das hatte ich tatsächlich irgendwann mal ausprobiert, das ist ewig her. Liebe aber Seven Wonders und da habe ich mich gefragt, warum haben das Spiel gar nicht Seven Wonders mehr genannt im Titel? Klar, es wäre super sperrig, wenn sie sagen würden, Seven Wonders, was weiß ich, Herr der Ringe und so weiter, Duell um Mittelerde, das ist ja ein viel zu sperriger Titel, aber tatsächlich ist das auch berechtigt, dass dieser Titel, der hat ja auch nichts mehr zu suchen, weil wir haben hier quasi mit den Spielen, mit einem sehr ähnlichen Spielprinzip, was dann eben auch schon Seven Wonders Duel war, haben wir hier ein komplett eigentlich ein anderes Spielgefühl, das hat nichts mehr mit Seven Wonders zu tun und das ist eher wie so ein, ja wie soll ich sagen, so ein Rennspiel, ein Duellspiel auf jeden Fall und das ist, ich habe es immer jetzt als sehr spannend empfunden, wenn man das gespielt hat zu zweit, weil es eben hier mehrere Ebenen gibt, wo man quasi miteinander wetteifert, ich, es gibt ja so, weiß ich nicht, so klassische kartengestellte Spiele, wo man drei Schlachtfelder hat und dann legt man da was an, da was an und dann sieht man halt immer ziemlich übersichtlich, wer gerade wo führt und das ist hier bei dem Spiel halt wesentlich dynamischer. Es gibt jetzt hier eben einen Bereich, eine Karte, wo man eben dann tatsächlich Türme hinbauen kann und auch nur eine Person kann dort einen Turm hinbauen, es gibt insgesamt, ich glaube sieben Felder, die da zu besetzen sind, ich glaube sieben oder acht Felder auf jeden Fall und dann kann man auch noch Soldaten reinsetzen und wenn schon Soldaten drin sind, dann kämpfen die ganz einfach gegeneinander, das heißt eine Einheit vom Feind tötet eine eigene Einheit und fertig und was übrig bleibt, bleibt übrig, also ganz simpel runtergebrochen, dann hat man noch ein Wettrennen um den Ring tatsächlich, wo wir eben hier die einen eben hier die Mordertruppen steuern und die anderen eben dann die Gefährten, die hier den Ring quasi entsorgen wollen und auch das ist ganz nett gemacht mit so einer, ich dachte erst so einem Plastikschieber ist das nicht ein bisschen überproduziert, aber tatsächlich ist das sehr gut, weil man damit eben auch jetzt das verhindern kann, dass das Spielmaterial verrutscht und eben auch festhält, dass der Abstand immer gleich bleibt und da hat man auch nochmal wirklich ein Rennen tatsächlich und dann eben noch, man kann sich noch mit den Völkern gut gut stellen und das heißt, wer als zuerst die sechs Völker auf seine Seite geholt hat, der gewinnt das Spiel zum Beispiel auch und so muss man halt ständig im Blick behalten, was der andere da gerade tut und das hat, das macht einfach super Spaß, also für all diejenigen, die jetzt von Mittelerde nicht abgeschreckt werden und die Seven Wonders Duell schon mochten, die sollten sich das Spiel unbedingt mal angucken und auch für all diejenigen, die gerne zu zweit spielen, öfters zu zweit spielen, also so ein dynamisches Spiel für zwei Personen, was sich immer wieder ein bisschen anders anfühlt in jeder Partie, also ich habe jetzt natürlich jetzt nicht extrem viele Partien gespielt in ein paar Tagen, aber trotzdem, also die, die ich gespielt habe, die haben wirklich Spaß gemacht und das sollte man definitiv mal ausprobieren auf der Messe. Alternativtitel, Dueling Lords of Seven Wondrous Rings? Ja, wie gesagt, Seven Wonders ist halt hier vom, passt halt gar nicht mehr rein, das ist gar kein Seven Wonders Gefühl mehr, das sind nur noch die Karten, die eine ähnliche Anmutung haben, aber natürlich komplett andere Symbole, so dieses, das ist halt das Setting, es wirkt aber hier nicht aufgesetzt, also das Setting passt auch zum Spiel irgendwie, also da muss ich echt Respekt sagen und, das habe ich noch ganz vergessen, tolle Verpackung, die haben so ein Pub-Inlay gemacht, da passt alles super rein, also das ist ein komplett super durchdachtes Spiel, muss ich sagen, von vorne bis hinten und super produziert. Also Daniel, du hattest mich ja bei allem, was du gesagt hast, ne, aber ich muss ja meinen Hipster raushängen, lass mich unbeliebt machen, ich kann Herr der Ringe überhaupt nicht leiden, in irgendeiner Form. Oh, wir haben Philipp verloren. Ja. Ups. Komisch, wir hören ihn nicht mehr. Nee, also es klingt alles so gut und ich würde das echt gern, aber Herr der Ringe mich einfach instant raus, also nee, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so ein Hipster, ich kann es auch nicht erinnern. Nee, ich glaube, du verwechselst den Begriff Hipster, das ist irgendwas anderes, was du bist. Egal. Ich finde das auch einen super Titel, auf den ich, wo ich ganz sicher bin, dass der irgendwann hier einziehen wird, das ist für mich halt nichts, was ich jetzt auf der Messe mitnehmen muss oder möchte. Das ist auf jeden Fall so ein Titel, den ich irgendwann mal ganz entspannt aus irgendeinem Regal ziehen werde, wenn ich daneben stehe und dann nehme ich das mit nach Hause und irgendwie bin ich auch ein bisschen böse über diesen Titel, weil dann weiß ich nicht, was ich mit meinem Seven Wonders Duel mache. So, das stellt mich wieder vor die Frage, behalte ich jetzt beide Titel oder muss ich den oder? Ich könnte eine Adresse geben, an die du schicken kannst. Entsorgungsdienst zu Philipp. Ja, dann wird es Zeit für noch einen Audiobeitrag, oder? Wir haben noch was vom Stefan bekommen. Ja, schönen guten Tag, der Stefan hier. Ich bin auch einmal meine Liste für die Messe in Essen durchgegangen, die natürlich auch wieder einmal viel zu lang ist, als dass man alles schaffen könnte. Ich habe aber versucht, mich jetzt mal auf drei Titel zu konzentrieren, die ich euch näher bringen möchte, die es glaube ich auch wert sind, sich diese einmal anzuschauen. Und zwar der erste Titel ist eine Erweiterung, eine Erweiterung zu einem Spiel, was letztes Jahr erschienen ist. Und zwar ist es die Final Chapter Erweiterung zu dem Spiel Unfinish Business. Unfinish Business kam letztes Jahr raus und war das Erstlingswerk vierer Leute von einem deutschen Podcast, von einem Brettspiel-Podcast und zwar von Meeple Porn. Und das Hauptspiel hatte ich mir letztes Jahr auch gegönnt und hatte bis jetzt sehr viel Spaß dabei. Was ist Unfinish Business? Unfinish Business ist ein Handmanagement-Spiel mit Mafia-Thema. Als Spieler spielen wir einen Don in New York der 20er Jahre und möchten so viel Geld scheffeln wie möglich. Wie machen wir das? Wir versuchen Besitzkarten. Das können sein, das können Luxusautos sein, das können Anwesen sein, das kann Alkohol sein. Diese Karten versuchen wir immer im Pärchen auszuspielen. Dabei können wir die von der Hand spielen. Wir können uns von einer offenen Auslage im Schwarzmarkt bedienen und legen diese Karten immer im Pärchen vor unserem Safe ab. Später können wir auch noch Karten unter unserem Safe legen. Das sind Karten, die ein bisschen geschützter vor Angriffen der Spieler sind. Und so versuchen wir im Laufe des Spiels so viel Geld wie möglich anzuhäufen. Weiter aufgelockert wird das durch Ereigniskarten und Aktionskarten, die während des Spiels gespielt oder gezogen werden können. Bringt sehr viel Dynamik rein. Und wie gesagt, das ist ein sehr kompetitives Spiel. Also da gibt es in jeder Runde fast, gibt es immer schön auf die Fresse. Wir können dem Gegner, unseren Mitspielern, Karten klauen. Wir können verbieten zu sprechen während einer Runde. Sollten die doch sprechen, bekommen wir ganz viel Geld von denen. und jede Partie ist wirklich anders und jede Partie macht einfach super viel Spaß. Und ich hatte bis jetzt auch noch keinen Spieler erlebt, der keinen Spaß mit diesem Spiel hatte. Man muss halt nur auf sehr kompetitive Spiele stehen, auch Spiele mit einem gewissen Glücksfaktor. Aber wenn man das sehr gut mag, ist das glaube ich ein Spiel, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Dieses Jahr bringen die jetzt eine Erweiterung raus. Final Chapter heißt diese Erweiterung. Was dabei hervorzuheben ist, ist es auf jeden Fall, was ich ganz klug gelöst finde. Man kann die Box, also den Deckel und den Boden des Grundspiels, kann man in die Erweiterungsbox quasi als Inlay reinlegen und dann halt auch im Spiel benutzen. Also man muss nichts weggeschmissen werden. Man hat keine Zwei-Boxen im Regal stehen. Man kann das direkt reinlegen. Es wurde so konzipiert, dass das genau passt. Da wackelt nichts. Man kann das direkt weiter nutzen. Weiter hinzukommen mit der Erweiterung, ja, Charakterkarten, wo jeder Spieler noch einen Charakter mit asymmetrischen Fähigkeiten bekommt, die er während des Spiels nutzen kann. Man kann das Spiel mit der Erweiterung mit bis zu sieben Spielern spielen und generell kommen ja weitere Ereigniskarten, Aktionskarten und für den siebten Spieler auch zusätzliche Besitzkarten mit rein. Und was auch noch drin sein soll, konnte ich bis jetzt noch nicht ausprobieren, ist ein Autobombenmodus. Da ist ein kleines Holzauto mit drin, der auch noch ein bisschen mehr Varianz mit in das Spiel bringen soll. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und lohnt sich, glaube ich, wenn man auf kompetitive Spiele spielt, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen. Was steht noch auf meiner Liste drauf? Ist auch ein Spiel, was es, glaube ich, schon länger gibt, aber was schwer verfügbar war. Und zwar ist das Comic Hunters von Arcane Wonders. Das war, glaube ich, lange Zeit, nur in Brasilien zu beziehen. Und zwar versuchen wir in dem Spiel als Sammler Comic-Hefte zu sammeln. Wir können jede Runde drei von vier verschiedenen Örtlichkeiten besuchen. Um Comic-Hefte in Form von Karten zu ergattern und versuchen dann auch, ja, auf verschiedenen Tracks anhand der Symbole auf den Karten voranzuschreiten. Zum Beispiel Erstlings-Ausgaben. Da gibt es einen Track für das erste Erscheinen von bestimmten Charakteren, Special Editions oder besondere Ereignisse. So spielen wir jede Runde unsere Karten auf, die wir erlangt haben. Und am Ende von drei Runden gewinnt derjenige, der auf allen Leisten die meisten Punkte gesammelt hat. Wie gesagt, das war sehr vergriffen. Die letzten Jahre, es war schwer, da ranzukommen. Auf der GenCon dieses Jahr gab es wohl auch ein paar Exemplare, die man ergattern konnte, war aber auch wohl schnell ausverkauft. Und da ist es noch nicht zu 100% sicher, ob es wieder englische Exemplare dieses Jahr auf der Spielemesse gibt. Aber man könnte auf jeden Fall mal vorbeischauen und gucken, ob es verfügbar ist. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und ja, irgendwie gefühlt, jedes Spiel mit Marvel-Thema ist auf jeden Fall interessant und ein Hinguckerwert meiner Meinung nach. Das dritte Spiel, was ich mir rausgesucht habe, ist auch noch nicht erschienen, wird auch nicht erscheinen zu Spiel. Es wird aber bald die Crowdfunding-Kampagne dazu starten. Ich hatte schon die Chance, auf der Spiel doch in Dortmund das Spiel anzutesten. Und zwar ist es das Spiel Quartz, von Garden Gnome Games. Das ist ein sehr interessantes Spiel. Und zwar, ja, den Mechanismus kann man am ehesten mit einem Capture-the-Flag-Mechanismus beschreiben. Ist angegeben mit 2-4 Spielern, aber ich glaube, erst ab 3 Spielern oder sogar 4 Spielern zündet es richtig. Jeder sucht sich eine Fraktion aus. Die sind auch sehr individuell gestaltet. Richtig cooles Charakter-Design. Es gibt zum Beispiel eine Fraktion von Wesen, die sich an Nahrungsmitteln orientieren. Da gibt es zum Beispiel die kleine Karotte, den Chili-Ninja oder die Käsefliege. Und jeder Charakter bringt auch sein eigenes Aktionskartendeck mit. Und wir können im Laufe des Spiels immer von den verschiedenen Decks ziehen auf die Hand und dementsprechend dann immer die Charaktere aktivieren. Jeder Charakter hat unterschiedliche Fähigkeiten. Es gibt Nahkämpfer, es gibt Fernkämpfer. Der eine Charakter kann sich mehr bewegen, der andere weniger. Jeder hat noch eine Spezialfähigkeit und durch die eigenen Decks gibt es auch sehr asymmetrische Fähigkeiten und Möglichkeiten, die Charaktere zu spielen. Es gibt eine andere Fraktion. Da gibt es dann sowas wie die Laborratte oder den Bücherwurm, der die ganze Zeit ein Bücherregal mit rumträgt. Also auch die Miniaturen, die die Charaktere präsentieren, sind sehr cool designt. Kann sogar, glaube ich, auch knuffig sagen. Und wir spielen auf einem großen, modular zusammengestellten Feld mit Hextiles. Und in der Mitte gibt es, ich glaube ein Tempel war das oder sowas. Und Ziel des Spiels ist es, dass wir mit einer von unseren Figuren auf diesen Tempel gelangen und dann mit dem Tempel in unsere Basis zurücklaufen. Der Spieler, der das als erstes geschafft hat, gewinnt. Und ja, je mehr Spieler mitspielen, meiner Meinung nach, wird es auf jeden Fall chaotischer und viel interessanter und spaßiger. Vor allem, wenn dann der Besitz dieses Drohnes oder dieses Tempels die ganze Zeit immer wechselt. Ich mir jetzt auf jeden Fall das Anspielen auf das Spiel doch in Dortmund sehr gefallen. Wurde auf jeden Fall direkt Bock, wenn man eine Fraktion gespielt hat, die anderen Fraktionen auch auszuprobieren. Man hat es natürlich bei den Mitspielern mitbekommen, was die so grob können. Ist auf jeden Fall sehr interessant gemacht. und meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Blick wert. Die sind auf jeden Fall auch auf das Spiel vertreten, um das Spiel wieder vorzustellen. Und ich meine, Ende des Jahres soll dann die Crowdfunding-Kampagne auf GameFound starten. Da gibt es auch schon eine Seite, da kann man sich auch schon vormerken für die Kampagne, dass man direkt benachrichtigt wird. Und da bin ich sehr interessant drauf. Ja, das waren meine drei Eindrücke. Vielleicht war für euch was dabei und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu Spiel in Essen. Ja, zu Comicantas, das ist tatsächlich nicht in der App drin. Da habe ich jetzt mal nachgeguckt, bei der Spiel-App. Da wurde es mir nicht angezeigt. Ich habe nämlich ein anderes Comicspiel tatsächlich mir mal vorgemerkt, was ich ganz interessant fand. Comicantas wird da nicht angezeigt. Also es wird dann wohl, es ist nicht offiziell als Neuheit da angemeldet. Es ist 2020 tatsächlich erschienen schon mal, aber dann eben als portugiesische Version, wie Stefan das schon richtig gesagt hat, dann als brasilianische Ausgabe wahrscheinlich. Und ob da jetzt englische Versionen kommen, keine Ahnung. Also da hat er auf jeden Fall recht. Das ist angekündigt oder es kommt auf jeden Fall eine englische Version, soweit ich weiß. Ob sie jetzt in Essen da ist, ist vielleicht eine andere Frage. Ich finde, das Spiel ist halt irgendwie tatsächlich, man sammelt Comics und dieses ganze Spiel in sich ist eigentlich so ein Sammelobjekt. Ich habe so ein bisschen das in Anführungszeichen Glück, ich habe diese brasilianische Version im Regal und die bleibt hier auch, auch wenn ich das nicht so oft spiele und auch nicht so oft spielen werde. Aber ohne dieses Thema wäre dieses Spiel halt einfach hundertprozentig schon längst rausgeflogen. Aber es macht halt Bock, sich diese Comic-Cover zu draften. Und mehr machen wir da nicht. Also wir draften Comics über drei verschiedene Draft-Phasen. Das ist halt irgendwie, und ich finde Draften nicht mal richtig geil. Aber hier schafft es das eben, das Thema holt mich da, und das Schöne ist eben, das sind halt nicht die modernen Comic-Cover, sondern eben einfach alte Cover. Das holt mich halt ein bisschen mehr ab. Das finde ich irgendwie ein bisschen liebevoller dadurch. Und natürlich, was er auch so gesagt hat, so Erstausgaben oder First Appearance von irgendeinem Helden oder so, ist natürlich ein bisschen mehr wert oder besonderer und so. Und darum ist es, glaube ich, cooler, als wenn du jetzt ein modernes, keine Ahnung, irgendwelche Comics aus dem MCU oder sowas hast. Falls es überhaupt Comics gibt, weil es ja Cinema, keine Ahnung. Also es ist ein Spiel, das einfach für mich vollkommen durchs Thema besticht und auch vollkommen dadurch seine Berechtigung hat und auch dadurch eben so diesen besonderen Charme bekommen hat. Und wie ich gerade sage, das ist so ein Sammelobjekt in sich dadurch. Ja, mich hat eigentlich besonders Quartz irgendwie ein bisschen gekriegt, weil diese Figuren, also diese Wesen, die er da beschrieben hat, die sehen einfach irre aus. Also diese kleinen Miniaturen, die sind, also vor allem die Angemalten, die es entweder für einen horrenden Preis dazugeben wird oder wo man wahrscheinlich Monate lang arbeiten muss, bis die so aussehen. Aber ich kann nur jedem empfehlen, selbst wenn man jetzt an dem Spiel, an diesem, es ist ja ein Wargame, zumindest wird es so kategorisiert, selbst wenn das für einen nichts ist, man sollte sich diese Figuren, und wenn es nur auf Wargame Week ist, mal angucken, weil die sehen schon echt cool aus. Also gerade dieser Bücherwurm, da dieses Regal, das sich rumträgt und so, das ist schon witzig. Die Figuren sehen extrem schick und süß aus. Und ich nehme an, dass die, ich weiß nicht, ob das auch dann, ob das irgendwie so Premium-Figuren sind, diese angemalten da, oder ob das einfach nur welche sind, die einfach sehr gut angemalt sind. Das ist jetzt auch von den Bildern sehr schwer zu sehen. Aber allein, weil ich die Dinger mal sehen will, werde ich mir, glaube ich, auf der Messe mal hingehen, weil die sehen absolut super aus. Die sehen tatsächlich toll aus. Also ich hatte auch die Chance, den Prototypen schon mal in live zu sehen. Ich hatte leider keine Zeit, das zu spielen. Aber es sind einfach sehr liebevoll gestaltete Minis, irgendwie mit auch guten Ideen, also Liebe zum Detail. Da hat man so das Gefühl, das ist im Herz wird reingeflossen. Und sehr schräg einfach dabei. Unverkennbar schräg. Das sind jetzt keine Minis, die du so in irgendeinem anderen Spiel so wieder findest, sondern du merkst direkt, okay, das sind Charaktere. Genau, da sind irgendwie so ein paar Welten miteinander verflossen. Vielleicht so Alice im Wonderland, Cuphead und noch das irgendwie dann durch die Realität gezogen und dann noch dreimal im Kreis und dann kommt da sowas bei raus. Ja, also man kriegt mich mit Minis eigentlich auch sonst überhaupt nicht. Also das ist sowas, was mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Aber die sehen halt wirklich echt besonders aus irgendwie. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also die sind schon echt irgendwie was Besonderes. Was ich halt leider gar nicht weiß und mich voll interessieren würde, ist inwiefern sich das eben auch im Spiel wiederfindet. Also spielt sich so ein Bücherwurm tatsächlich auch irgendwie wie so ein Bücherwurm oder dieser, keine Ahnung, so eine Lampe halt auch mehr wie eine Lampe. Also haben die irgendwelche Mechaniken, wo sich das so anfühlt? Das wäre natürlich richtig geil. Genau, oder es ist halt nur, ja, keine Ahnung, der Bücherwurm, der hat mehr Verteidigung, weil er ein größeres Regal mit sich rumschleppt oder so. Das wäre halt dann so ein bisschen lame, ne? Der hat wahrscheinlich einfach ganz viel Text auf seinen Karten. Oder das? Das wäre schon wieder süß. Und dann ganz klein geschrieben, so dass man eine Vergrößerung das braucht oder so. Man muss die Karten erst aufklappen. Die sind so geknickt in der Mitte. Anfinish Business habe ich noch nicht gespielt. Erinnert mich so ein bisschen so vom Gefühl her an Cosa Nostra. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass Final Chapter vielleicht nicht die letzte Erweiterung für dieses Spiel sein könnte. Und das, alleine diesen Gedanken finde ich unbefriedigend. Da kommt halt ein noch feinere Lacheres Chapter. Also für ein Spiel, was letztes Jahr rausgekommen ist, jetzt so die erste Erweiterung, zweite, ich habe keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht, aber dann jetzt so direkt schon Final Chapter zu bringen? Ich glaube, es kamen direkt so ein paar Mini-Erweiterungen mit raus. Anfinish Business ist ja so ein Spiel, das als es um sein Erscheinen herum sehr laut oder sehr große Wellen in der Brettspielblase geschlagen hat, einfach aufgrund der Plagiatsvorwürfe, die man einfach jetzt so stehen lassen kann. Cover Your Acid wurde hier schon mal in die Kamera gehalten von jemandem. Das ist quasi das Spiel, das sich sehr ähnlich spielt. Und ganz unabhängig davon, ich habe es gespielt und ich fand es einfach nicht wahnsinnig gut. Es mag aber natürlich Leute geben, denen das total Spaß macht. Ich gehöre da nicht dazu. Aber ich glaube, das würde mir mit Cover Your Acids genauso gehen. Der Titel ist fast noch schlimmer als Final Chapter. Ah ja, vielleicht gibt es dann nächstes Jahr noch eine Deadly-Dead-Erweiterung. Finally Final. The Final Final, genau. Ja. Na ja, was habt ihr denn noch dabei? Wir haben gerade über ganz viele Videospiel-Umsetzungen gesprochen und da nehme ich doch auch mal eine, das wäre jetzt so mein Messe-Hit, das wäre so mein großes Spiel für die Messe. Allerdings werde ich es mir auf der Messe nicht holen, weil ich es nämlich gekickstartet habe bei einem Kumpel. und zwar ist das Dead Cells und auch einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich das zugrunde liegende Videospiel sehr, sehr gerne gespielt habe und die Umsetzung einfach sehr charmant aussieht. Die Tatsache, dass ich jetzt obendrein gerade eine andere großartige Videospiel-Umsetzung, nämlich Slay the Spire, gerade rauf und runter feiere, macht es nur irgendwie gerade besser. Wir sind in einer Zeit, wo Videospiel-Umsetzungen nicht einfach nur Lizenzmüll sind, sondern wo das eigenständig großartige Spiele sein können. Und ich habe das Gefühl, dass Dead Cells vielleicht nicht ganz so erfolgreich, vielleicht nicht ganz so gut, aber auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung gehen könnte. Das sieht großartig aus und da wäre ich auf jeden Fall neugierig. ich bin so happy, dass du darüber redest und du dir das angucken willst, weil jetzt kann ich mich total entspannt zurücklehnen, äh, lehnen, ich lege mich nicht zurück, ich lehne mich zurück und werde einfach darauf warten, was du berichten wirst, weil das hätte ich mir sonst auf jeden Fall angeguckt und wäre, glaube ich, richtig nahezu gestresst, wenn ich da nicht das mal antesten kann. Ja, also ich habe eigentlich dem Dennis nicht viel hinzuzufügen, sich genauso, ich arbeite auch gerade sehr ähnlich an Slay the Spire, dem Brettspiel, ähm, vielleicht wird Dead Cells auch so, ich weiß nicht, aber ich muss dann warten, weil Slay the Spire gerade so gut ist und das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Die Ascensions warten, sind noch eine Menge. Du hast schon welche? Ja. Streber. Ich habe, äh, die ein oder andere tausend Stunden im Videospiel, von daher. Okay. Ja, egal, aber Dead Cells sieht auch fantastisch aus und das sieht auch aus wie so ein Herzblutprodukt, genau wie Slay the Spire das Brettspiel und das, ich glaube gerade für Videospiel-Umsitzung ist es gerade die Zeit. Ich glaube nicht, dass es noch viel besser werden kann, weil das sind so Spiele, die sind bekannt, aber halt so klein, so Indies und dann setzen sich einfach so Teams dahinter, die einfach mega Bock haben, da ein geiles Brettspiel draus zu machen. Das ist noch, das ist nicht diese, wie du schon sagtest, diese Verwurstung, dieses Geld machen mit einer Lizenz, sondern es sind einfach Leute, die sagen, wäre das nicht voll geil als Brettspiel? Lass mal alles geben, dass das amazing wird und das ist genau das, was dabei rauskommt. Da muss man aber auch zusagen, dass dieses Spiel ja schon per se eigentlich sehr Brettspielartig ist von Anfang an in der Anlage, so wie es eben auch Dorfromantik zum Beispiel war, weil es ja auch schon quasi schon von Anfang die Anmutung hatte wie so ein Brettspiel und es gibt halt mittlerweile eben auch immer mehr Spiele, die Brettspiel-eske Anmutungen haben und sich entsprechend auch leichter umsetzen lassen. Ich hatte auf der Gamescom, ich weiß nicht, wie der Titel heißt, aber mit jemandem gesprochen, die haben jetzt gerade ein Videospiel vorgestellt, was jetzt demnächst im Herbst erscheinen wird und er hatte mir tatsächlich, weil ich gesagt habe, ich komme von der Brettspielseite und berichte halt über Brettspielartige Videospiele, wollte ich halt raussuchen mit Absicht und er sagt, ja, tatsächlich ist ja auch schon in Planung im Gespräch, dass wir das auch als Brettspiel noch rausbringen. Also da ist jetzt mittlerweile auch gerade bei so kleineren Indie-Teams so der Gedanke tatsächlich oder die Idee entstanden, da ist auch noch ein Markt, den wir bedienen können, wo wir auch nochmal zusätzlich, wenn eine Marke halbwegs gut funktioniert, auch nochmal Geld mit verdienen können. Wobei die Autoren bei Dead Cells jetzt da nun mal wirklich nicht Indie sind. Da haben sich jetzt schon mal ein paar namhafte Autoren herangesetzt und das kann gut sein, das kann aber auch genauso das sein, was eben so ein bisschen rauskam wie bei Slay the Spire. Ja, da sind halt Leute, die so mit Herzblut dabei sind und hier hat man, könnte eben die Gefahr bestehen, dass das Leute sind, die einfach schon zu erfahren sind und deshalb vielleicht so in, also manchmal neue Wege nicht mehr haben. Vielleicht ist es auch perfekt, keine Ahnung. Und Slay the Spire ist tatsächlich ja nur, wie Daniel sagte schon, eine ganze Ecke näher an einem Brettspiel dran als jetzt Dead Cells, was ein actiongeladenes 2D-Jump-and-Run-Metroidvania-Roguelite-Thingy ist. Da ist so ein Deckbilder doch etwas, was uns Brettspielern doch ein bisschen vertrauter ist. Deswegen, ich bin gespannt, wie sie es machen. Ich bin sehr neugierig. Das ist das perfekt erfahrene Autorenhändchen dann eben doch vonnöten gewesen und darum guckst du es dir ja an und erzählst dann, wie es war. Genau. Nice. Also ich werde es mir auf der Messe vermutlich nicht angucken, weil ich nur ganz wenig Zeit haben werde, um drüber zu gehen, aber es wird sein, wie ich zu mir nach Hause finde. Das ist doch fantastisch. Ich habe ab jetzt echt nur noch so Titel, von denen ich einfach immer nicht weiß, will ich mir das eigentlich angucken oder will ich mir das nicht angucken? Ist das irgendwie was richtig Seltsames oder ist das ein richtiges Highlight? Und dann stechen da so ein paar Titel noch raus, wo ich denke, die möchte ich mir doch noch mal eher angucken. Und vielleicht sind die auch gar nicht, also so nischig, ist total falsch, weil die sind definitiv nicht nischig. Es gibt so ein paar Titel, ich möchte eigentlich immer so gerne so Spiele finden, die man auf der Messe bekommt und danach gehen die unter, die aber einfach toll sind und die Spaß machen. Das ist das hier definitiv nicht. Das ist ein Titel, der auf mehreren Listen auftaucht. Darum ist jetzt die Einleitung. Das ist super cool. Aber ich wollte eigentlich nur mal, ich weiß gar nicht, über was ich hier reden will. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte. Sprich weiter. Ich bin hier hoch und unter und dachte mir, guck mal, das möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Sag doch jetzt einen Titel. Was? Sag doch jetzt so einen Titel. Nee. Jetzt muss ich eigentlich was anderes nehmen. Nein. Es ist Spectacular. Das ist der neue Titel von dem Menschen, der Revive gemacht hat. Und wir sind, haben irgendwie so, also auf dem Cover sieht man irgendwie Tiere, die um so eine Art Wasserturm, der wahrscheinlich ein Aussichtsturm sein soll, stehen. Und wir draften uns irgendwie über Plättchen und Würfel da so Tiere zusammen und bauen die in so eine Art Zoo und ein Reservat ein. und tja, keine Ahnung. Das Thema klang unglaublich generisch. Das Spiel sieht wunderschön aus. Ja, aber Tiere sind doch nice. Ja, ich sag auch nicht, dass es schlecht ist, aber mir fallen spontan eine Unzahl von Titeln ein mit dem gleichen Thema. Aber das Spiel sieht einfach sehr, sehr schick aus. Ja, ich bin da zu 100% beim Dennis, weil wir haben in den letzten Jahren so viele Spiele mit so einem Thema gehabt. Also wirklich, es war ja wirklich, das ist ja so, also Tiere und Natur ist ja so seit mindestens zwei, vielleicht sogar drei Jahren so das, das große Thema im Brettspiel. Also so Nachhaltigkeit, Zoos, Natur, Bergsteigen, Wälder, Wandern gehen und all so ein Kram. Das ist ja so, solche Themen sind einfach so viel, dass ich da einfach so drüber gescrollt habe, ohne das irgendwie mitzukriegen. Ich glaube, ich muss mir nochmal angucken. mach's, es lohnt sich, es ist wirklich schön. Das muss ich sagen. Genau, und ich, also ihr habt zwar recht, dass das ein Thema ist, das gerade sehr häufig und sehr viel ist, aber ich glaube, ich suche so ähnlich wie bei, wie bei dem typischen Freizeitparkspiel oder so eben noch für mich so dieses Wohlfühl-Ding da drin. Also das, wo ich denke, das ist es jetzt. Natürlich ist Arche Nova ein geiler Titel oder auch, keine Ahnung, irgendein anderes Tierspiel. Aber es ist Zodigretto. 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 Nein, aber es ist irgendwie ein Thema, was für mich noch nicht ausgelutscht ist, auf was ich schon noch Bock habe und was mich erstmal kriegt und wo ich Bock drauf habe. Und das, genau, es sieht cool aus, es könnte irgendwie auch ein bisschen mehr sein, als ich sammle da Plättchen hin, sondern die Vorschusslorbeeren durch Bivive sind natürlich da und da würde ich mir das richtig gerne anschauen. Ja, ich habe auch ein Thema noch, ein Spiel, was auch in einem ziemlich nischigen Thema unterwegs ist, aber dafür ein sehr schönes Thema, was auch noch nicht allzu ausgelatscht ist, meiner Meinung nach, und zwar der klassischen Musik, beziehungsweise der klassischen Instrumente. Das Spiel heißt Luthier oder Luthier, ich habe keine Ahnung, ich kenne kein Französisch, tut mir leid, aber ich weiß, dass es Geigenbauer heißt. Und in dem Spiel macht man prinzipiell genau das, ist auch ein richtig dicker Euro, so wie das aussieht. Also nicht ganz so ein Monstrum, aber ist schon nicht wenig. Also 150 Minuten Spielzeit steht da auch bei maximaler Spielerzahl obendrauf. Und das hat mich hauptsächlich wegen des Themas gecatcht, weil ich finde, und wegen der Ästhetik des Covers, was absolut fantastisch aussieht. Und in dem Spiel kontrolliert man irgendwie eine Familie eben von Instrumentenbauern zur Hochzeit der klassischen Musik, also mit Mozart, Bach und wie sie nicht alle heißen, also wahrscheinlich, keine Ahnung, 17. bis 19. Jahrhundert irgendwann. Und man macht eben in dem Spiel genau das, man muss Instrumente bauen, eben für diese ganz tollen, bekannten Personen, aber auch irgendwie Instrumente reparieren, oder man kann auch selbst mal performen, wenn gerade das Portemonnaie drückt, oder eben auch nicht. und Mechaniken ist Worker Placement, aber hat auch so einen Programmierungsanteil, was ich auch gar nicht so uninteressant fand. Dann gibt es noch Auktionen, Ressourcenmanagement und auch noch so ein bisschen Gebietseinfluss. Das klingt jetzt erst mal wie eine relativ wilde Mischung. Ein bisschen griffiger ist, wenn man sich diese, wenn man sich das System mit diesen Disks anschaut, also alle haben so Disks mit so Zahlen drauf und die repräsentieren die eigenen Familienmitglieder und da ist dann irgendeine Nummer drauf und das ist so deren Fähigkeitslevel, wie gut die sind in dem, was sie machen können und die muss man dann auf die einzelnen Bereiche verteilen, die es im Spiel gibt, also zum Beispiel halt was bauen oder mit Leuten Kontakt aufnehmen und so weiter und die werden, der Reihe um, werden die verdeckt auf diese Bereiche gelegt und dann wird ein Bereich ausgewählt, ich weiß nicht mehr genau wie, dann werden alle umgedreht und dann absteigend ausgeführt, also die Person, die es am besten ist, die darf zuerst was dort machen und ich glaube, dann ist die Aktion auch umsonst, wenn man zuerst dran ist und dann immer absteigend und das finde ich erstmal jetzt generell interessant, weil es automatisch relativ viel, ja, Unsicherheit mit reinbringt, man denkt immer, hm, lege ich jetzt was ganz Tolles dahin, damit ich auf jeden Fall die Umsonstaktion kriege, aber dann kriege ich sie da hinten nicht und die ist viel teurer und also ich kann jetzt schon ganz viel Hirnschmalz lassen, wenn ich darüber nachdenke, was man in dem Spiel so macht und wie man seine Entscheidungen da trifft und dann kommt noch dazu nicht nur das fantastische Thema und der super Look und dann ist es auch noch von Paverson Games und Dave Beck und das ist der Verlag oder Autor hinter Distilled von vor zwei oder drei Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher und das war ein Spiel, in dem man so Schnäpse, Whisky und so ein Kram gebraut hat und das war auch schon sehr thematisch und ganz cool oder destilliert hat eben und das fand ich auch schon thematisch ganz interessant und deswegen traue ich denen zu, auch dieses Thema dann toll und thematisch passend irgendwie umzusetzen und dann nicht nur so einen klassischen Euro draus zu machen und dann da so dieses Thema um so drauf zu klatschen. Sehr, sehr cool. Das ist ein Thema, das ist ein Spiel, das bei mir nicht auf den Tisch käme, aber ich finde das Thema einfach sehr charmant. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo in irgendeinem Podcast erwähnt. Ich finde es einfach geil, wie breit diese Themen mittlerweile werden. Also wir sind einfach nicht mehr immer noch nur in Rom, sondern wir machen einfach alles und das finde ich halt super cool. Ich finde einfach geil, dass vor allem dieses Jahr irgendwie viele interessante historische Themen auch da sind, also die irgendwas Historisches beackern, was nicht so der Klassiker ist. Also nicht irgendwie Kolonialismus irgendwo in der Karibik und keine Ahnung oder man beutet irgendwelche Minen irgendwo aus oder baut Ressourcen irgendwo ab und verkauft die auf einem Markt, sondern jetzt sind wir irgendwie so bei Galileo Galilei, das haben wir heute noch nicht erwähnt, aber das gibt es ja auch noch und dann bauen wir irgendwelche Instrumente hier bei Lussier und es gibt schon ziemlich viele super interessante historische Themen und das finde ich einfach, weil das auch selbst mein Studiengebiet ist, unfassbar schön, dass da solche Themen bei rauskommen mittlerweile und nicht halt nur so dieses klassische, wir fahren als Entdecker irgendwo hin und entdecken die neue Welt oder whatever. Handeln im Mittelmeerraum. Oder das. Ich habe auch noch ein ausgefallenes Thema zum Besten zu geben und zwar das Spiel Konservas. Das hat mich tatsächlich auch super gecatcht. Ich mag Spiele mit Fischen total gerne. Das liegt daran, dass ich früher super gerne die ganzen Serien, diese amerikanischen Serien, wo dann Krabbenfischer und so sind, weggeschaut habe und bis heute immer noch gerne gucke. Das ist so ein Guilty Pleasure quasi. und ich liebe auch das Spiel Captains of the Gulf. Das ist so ein unbekannteres Spiel, was bei Spielworks mal erschienen ist und so, ich hätte es mal untergegangen ist zum Kennern-Bereich, wo man eben auch dann mit seinen Fisch, mit seinen Bötchen raus, tuckert, sein Boot ausbaut und sowas ähnliches, nur in etwas größerem Fokus hier, bietet dann eben dieses Spiel von Scott Elms und da steuert man quasi, also man ist für ein Fischerunternehmen zuständig, man ist eben morgens dafür zuständig, dass die Boote das ausfahren, weit aufs Meer raus und dann, dass die auch fischen und ja, und dann muss man hier wohl auch auf die Balance achten, dass man halt nicht überfischt, das hört sich super spannend für mich an, es ist sogar nicht mal teuer, also hier steht in der App 35 Euro soll es ungefähr kosten, die Spieldauer ist auch überschaubar, 25 Minuten, also das werde ich mir definitiv mal angucken, erscheint bei Salt-and-Pepper-Games. Das, was du nicht gesagt hast, ist der eine Faktor, der mich aus dem Spiel direkt wieder rausholt, es ist ein reines Solo-Spiel. ah, gut, das stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Bei Backbuilding bin ich auf jeden Fall dabei, das ist ein Mechanismus, den ich sehr cool finde, Solo, nee, da bin ich raus. Plus eins für Dennis. Wir spielen viel zu selten zusammen, Philipp. Da spielst du wieder Solo-Spiele wahrscheinlich. Ja, ist halt ein Solo-Spiel, das stimmt, das hatte ich vergessen zu erwähnen, das ist sehr relevant. Ja, das Thema ist wirklich interessant, vor allem dieser Mechanismus, dass man aufpassen muss, dass man nicht überfischt und so und dass da auch dann wieder was nachkommt und dann da genießt, das finde ich auch immer interessant. Das sind so Aspekte, die in vergangenen Spielen immer ignoriert wurden. Ich finde es schön, dass mittlerweile sowas auch mal bedacht wird. Ja, auch die Illustration ist so, ja, wie soll ich sagen, das ist wie so ein Blick in die Vergangenheit. Das ist so nicht aktuell, sondern es ist eher, weiß ich nicht, vor 10, 20 Jahren oder so und das, also ich finde, alles macht das Spiel für mich persönlich richtig, dass es halt meinen Geschmack trifft, also Geschmack treffen könnte, ich kenne das Spiel ja nicht, aber ist auf jeden Fall bei mir auf der Liste. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns noch mal was an, diesmal vom Christian. Hallo ihr Lieben, hier ist der Christian und auch ich möchte euch für die Spiel 2024 verraten, was so auf meinem Spielezettel steht. Ganz oben steht Compile Main 1, das ist ein kleines Kartenspiel, bei dem zwei Spieler gegeneinander antreten und versuchen und versuchen als KI drei Themengebiete möglichst schnell zu kompilieren, also zu punkten. Um das zu schaffen, spielen wir Karten aus, dann ist das so ein knappes Hin und Her und am Ende hat hoffentlich irgendjemand dann die Nase vorn. Da gibt es alle möglichen Karteneffekte, Kombos, die man ziehen kann und so weiter. Das verspricht ganz spannend zu werden und versprüht so Netrunner-Vibes und ich bin ein sehr passionierter Netrunner-Spieler gewesen. Dann Neko Syndicate, das ist ein Mafia-Boss- Verteilungsspielchen. Wir spielen alle Mitglieder der Katzenmafia, der Don möchte abdanken, hat das Ende seines neunten Lebens erreicht und natürlich möchten wir ihn von unseren Qualitäten als Nachfolger überzeugen. Dazu bauen wir eine Unternehmensstruktur mit Karten auf, müssen jede Runde wieder da durchgehen mit unserem Miepel und neue Abzweigungen nehmen, um zum einen Sushi herzustellen, aber das dann auch in der Stadt zu verteilen. Wer am Ende da die Nase vorn hat, wird vermutlich dann neuer Don. Dann haben wir Catch the Bomber, das ist ein kleines Kartenspiel mit verdeckten Rollen. Einer geht durch die Stadt als Bombenleger, versucht Chaos zu stiften, die anderen haben freundlichere Rollen und versuchen den Bomber aufzuhalten beziehungsweise seine Pläne zu vereiteln, ihn vielleicht sogar zu schnappen. Ja, je nachdem, ob das klappt oder nicht, geht das Spiel halt aus, wie man das so von Social Deduction Spielen kennt. Ich bin trotzdem gespannt, ob mir das gefällt oder nicht. Cube Melt Getting Dicey. Das ist eins, das stand schon sehr früh auf meinem Zettel, einfach weil es so niedlich aussieht. Die ganze Schachtel ist wie ein kleiner Eiswürfel mit einem lustigen Gesicht Gesicht und wir wissen ja, Essen oder generell alle möglichen Gegenstände des Alltags mit einem niedlichen Gesicht drauf sind natürlich total super. Dementsprechend bei Cube Melt spielt jeder einen Eiswürfel, das Leben eines Eiswürfels ist kurz und wir würfeln tatsächlich. Das ganz Spannende an der Geschichte ist, wir versuchen schnellstmöglich Abenteuerpunkte oder die Liebe zu sammeln und das Ende der Leiste zu erreichen und somit zu gewinnen. Was wir nicht möchten ist schmelzen, bevor wir das erreicht haben. Das Problem ist, wir würfeln und müssen das Ergebnis dann anwenden. Wir dürfen auch nochmal neu würfeln, aber das kostet uns jedes Mal einen Schmelzpunkt quasi. Da geht der Marker so langsam runter. Und dann ist das der Clou an der ganzen Geschichte, nachdem wir mit unserem Würfelergebnis zufrieden sind, bekommt das, was das meiste ist, die Mehrheit unserer Würfelergebnisse, bekommen die Nachbarn links und rechts und das, was weniger da ist, das bekommen halt wir. Da ist natürlich dann sofort die Intention, ich würfle möglichst viele Schmelzsymbole für meine Nachbarn und dann ein bisschen weniger Liebe und Abenteuer für mich, aber das klappt natürlich nicht immer so und das verspricht ganz schön zu werden, gerade für Familien oder halt für zwischendurch und das ist so klein, dass es schon fast in der Hosentasche verschwindet. Ähnlich klein wäre natürlich auch wieder Tinder-Blocks, das nehme ich auf jeder Messe mit von LA Cat Games, ein kleines witziges Geschicklichkeitsspiel in einer kleinen süßen Metalldose, wir stapeln Feuerwürfel auf, je nachdem welche Karte wir gezogen haben, müssen wir das mal mit der linken oder der rechten Hand tun, wir müssen unterschiedliche Kombinationen ansteinen, mit einer Pinzette zum Feuer hinzufügen, weil Feuer ist heiß. Letztes Jahr gab es da die Marshmallow Erweiterung, da gab es dann Marshmallows, die man platzieren musste, das war mit der Pinzette auch nicht gerade leicht. Dieses Jahr kommt die Storm Edition, bei der dann auch noch Wassertropfen mit dazu kommen. Da bin ich auch gespannt, werde ich auf jeden Fall mitnehmen und ist halt so ein kleines niedliches Ding, das ich einfach nicht liegen lassen kann. Größer wird es dann bei Explorers of Navoria, da draften wir zunächst die Karten und nachdem wir das getan haben, draften wir dann noch die restlichen Aktionen. Das läuft alles darüber, dass wir erst Marker aus dem Beutel ziehen und dann uns eben eine Karte entsprechend des Markers nehmen, den wir aussuchen und die restlichen Marker sammeln sich dann alle so ein bisschen und hinterher verteilen wir die Marker, die wir erst mal hingelegt haben, auf die Aktionen, die wir dann vielleicht nutzen möchten und genau, versuchen dann auf den Explorer-Leisten möglichst weit nach vorne zu kommen, das bringt die meisten Punkte und ja, sah letztes Jahr schon gut aus, hat so Rude-Vibes versprüht und das möchte ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen, hat mich letztes Jahr schon interessiert und dieses Jahr ist es dann endlich käuflich erwerbbar. Ja und dann so schon fast als wirklich letzter großer Titel, den ich hier noch auf meiner Liste nennen möchte, wäre Konservas. Bei Konservas spielen wir einen Fischer, ist ein Solo-Spiel, wir fischen jede Runde wieder neue Meeresfrüchte aus dem Beutel und wir müssen uns immer entscheiden, entweder behalten wir das und legen das auf unser Boot und das bringt uns Geld oder wir schmeißen es zurück ins Meer, dann hat es die Chance sich zu vermehren, wenn entsprechend genügend da liegt. Darüber können wir dann so ein bisschen steuern, was kommt Neues in den Beutel, was fliegt vielleicht raus und wir versuchen natürlich am Ende möglichst viel Ertrag auch für uns bei der ganzen Sache rauszuholen, ohne dass das Meer sich leert. Das ist so die Krux an der Geschichte und vom Thema her finde ich es einfach schön und das Material sah auch gut aus. Ich hoffe, ich bin ja eigentlich nicht so ein Solo-Spieler, aber das hat es mir schon irgendwie angetan. Möchte ich auf jeden Fall versuchen. Und dann habe ich noch als allerletztes hier so kleine Nebenbei Erwähnung Gateway Island. Das ist ein kleines Spiel, das 21 Spielmechanismen in Minispielen zum Kennenlernen bieten soll. Und dann darüber hinaus noch in der Anleitung weitere Empfehlungen für größere Spiele, die dann eben so ein bisschen das Ganze vertiefen und den entsprechend kennengelernten Spielmechanismus ein bisschen größer anwenden. Das wollte ich mir auf jeden Fall angucken. Ich bin gespannt, wie so die Umsetzung ist und wie so Spielmechanismen. Ich erwarte da jetzt aber auch nicht zu viel und man hat häufig schon gehört, wenn sowas versucht wurde, dass das der heiße neue Scheiß sein soll. Aber tatsächlich warten wir es einfach mal ab und ich bin gespannt. Da sind noch lauter so kleine Sachen auf der Liste, aber die brauche ich jetzt nicht weiter erwähnen. Erstmal herzlichen Dank und ich hoffe, ihr habt viel Spaß auf der Messe und vielleicht sehen wir uns ja. Bis dann. Das war die Christians Liste, die ich seit langem gehört habe. Wenn er seinen Namen nicht dabei gesagt hätte, ich hätte direkt sagen können, von wem diese Liste ist. Super toll. Ich wollte Christian direkt den Arm nehmen eigentlich. Aus unterschiedlichsten Gründen. Oh, du Armer, guck mal hier. Das war auch dabei. Ja, was meint ihr? Dann reden wir zuerst mal über Konservas. Nee, okay, Gateway Island. Finde ich irgendwie auch total spannend, was er als letztes genannt hat, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, für wen das was sein soll. Es klingt zu sehr nach hier 504. 504. Ja, schon, aber ich finde, es klingt halt eben auch nach dem, ich bin Vielspieler und zeig dir jetzt mal, was es alles geiles für Mechanismen gibt. Ja, aber wenn du das doch bist, dann hast du wahrscheinlich sowieso ein paar Spiele, die das auch thematisch entsprechend unterstützen. Ja, vielleicht macht es das ja fantastisch, das sind kleine Minigames, keine Ahnung, aber das ist ja genau die Frage, für wen ist das? Also 21 kleine Spiele für 20 Euro, also da bezweifle ich irgendwie dann doch stark, dass da die einzelnen Spiele dann irgendwie viel Substanz haben oder besonders hübsch oder 504 Spiele für, wie viel hat es gekostet? 50 Euro? Okay, lassen wir das, sorry. Es löst beides diese große Spiele-Sammlung, die sonst immer in Ferienwohnung steht, ab. Oh je, ich weiß nicht, was mir lieber ist. Was ich spannend fand, hier war Explorers of Navoria und das war der größte Christian-in-den-Arm-nehmen Moment, weil, naja, Ruth erwähnt und, naja, ich mach nicht weiter, ich hab da eben schon drunk. Nee, aber das Spiel, also, wenn man sich diese Figuren anguckt, dann werden die Assoziationen dann doch irgendwie sehr, sehr deutlich und auch die Karten und auch das Artwork. Ich denke, der Verlag sollte ganz froh sein, dass Nintendo nicht Ruth rausgebracht hat, weil ich glaub, sonst hätte es schon eine Klage gegeben, weil es halt doch wirklich sehr ähnlich aussieht und sehr nah dran ist, aber, wunderschön, sieht klasse aus, ich bin auch nur deswegen interessiert, weil es so aussieht und gucke mal, was passiert. Ja. Ja, das ist für die Leute, die dann Ruth immer im Schrank stehen haben und das nicht mehr sehen können, dann holen sie das mal aus. Mit Explores of Navoria und Spiel weiter Ruth. Ja, genau, oder für die Leute, die Ruth zwar haben, aber keine Gruppe dafür, weil das halt dann doch ein polarisierendes Spiel ist und Navoria sieht so ein bisschen freundlicher und zugänglicher aus, weil Ruth ist schon ist schon Brecher, gerade neuen Leuten das beizubringen, macht ganz wenig Spaß. Christian hat ein Spiel auf seiner Liste, das findet sich auch bei mir wieder und zwar ist das Neko Syndicate. das fand ich auch sehr, sehr spannend, das ist auch wieder so ein kleines Spiel und im Moment, ich finde, es gibt dieses Jahr oder in der letzten Zeit unglaublich viele Spiele mit Japan-Thema und es gibt unglaublich viele Spiele mit Katzen-Thema und es gibt auch eine ganze Reihe von Spielen mit japanischem Katzen-Thema. Und dann gibt es jetzt Neko Syndicate, japanisches Katzen-Thema mit Verbrechen und das Ganze sieht unglaublich niedlich aus und ich weiß nicht, ob ich es direkt mitnehme, aber ich möchte es mir auf jeden Fall angucken, es sah knuffig genug aus und thematisch genug hat er aber auch, hat aber glaube ich auch noch genug Fleisch auf den Knochen, als dass es ein cooles Spielgefühl geben kann. Ich muss es mir einfach mal angucken, es ist bizarr genug, ich finde es gut. Bin ich auch wieder zu 100 Prozent bei dir, also ich glaube, ich werde es tatsächlich einfach direkt einsacken und ich möchte auch noch mal unterstreichen dieses japanische Katzen-Thema, dass das irgendwie relativ häufig ist. Auch auf dieser Messe kann man das relativ schnell sehen, wenn man einfach mal das Wort Neko, also japanische Katze, in den Suche eingeht. Da gibt es nämlich drei Spiele, die relativ beliebt sind, die alle auf der Messe sind, die alle mit Neko sind. Und in Neko Syndicate dann hätten wir noch Kyoto no Neko von Madago und dann auch noch Neko Jima beziehungsweise die Erweiterung. Ja, also das Thema ist tatsächlich offenbar irgendwie gerade ganz toll. Aber diese Erweiterung ist leider auch online, steht da nix. Da steht nur, es kommt die Neko Jima Erweiterung und ich denke mal, brauche ich die? Weil meistens bei Geschicklichkeitsspielen reicht mir meistens das Grundspiel, weil das dann so Sachen reinbringt, die mir das Spiel unmöglich machen. Aber ich weiß es nicht. In Anbetracht der Tatsache, dass ich sehr genau weiß, dass du das Spiel auch schon durchgespielt hast, sehr erfolgreich, ist es vielleicht nicht so schlimm, wie in der Schwierigkeitsgrad auch mal ein bisschen. Ja, ansonsten Tinder Blocks hat er noch genannt, auch ein kleines Geschicklichkeitsspiel eben für die Hosentasche, das ist wirklich ein ganz fantastisches Teil. Im Deutschen gibt es das übrigens bei Game Builders oder The Game Builders, wenn man da Bock drauf hat. Ich weiß aber nicht, ob da auch die Erweiterungen da sind, sondern das Grundspiel auf jeden Fall. Ich glaube, das Spielmaterial ist aber auch sprachneutral. Ja, ja, natürlich, aber falls man halt, ja, weiß ich nicht, da gerade ist halt. Ja. Und dann das christianste Spiel auf der Liste war wahrscheinlich Cube Melt. Oh ja. Sehr. Auf jeden Fall. Also ich, egal was man von solchen kleinen Spielen hält, von so kleinen, vermeintlich doofen Spielen, sollte man sich das mal angucken. Und wenn es halt nur mal online ist, weil es ist einfach, also der Cuteness-Level ist schon über 9000, würde ich behaupten. Es ist witzig, es gibt mehrere Spiele mit diesem Eiswürfel-Thema und eins davon, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, wird tatsächlich so mit Eiswürfeln gespielt. Da sind Eiswürfel deine Spielfigur und du musst das Spiel halt zu Ende bringen, bevor der Eiswürfel geschmolzen ist. Riesensauerei, würde ich hier, ne, das findest du einmal witzig und danach geht's dir nur noch auf den Geist. Aber. Bisschen Malaga dann, aber ein kurzes Spiel. Die Idee ist halt cool und sowas mag ich eigentlich, bescheuerte Idee. Ja, das ist tatsächlich auch die, als ich das gehört habe, ist es wieder typisch, Christian, ich hab immer eine heidenfreude, mit Christian irgendwelche Spiele zu spielen, gerade nach der Messe frag ich mir, was hast du gekauft? Ich spiel alles mit und es ist eigentlich immer eine lachende Runde dabei, also es macht, er hat immer so ein gutes Hähnchen für einfach total ulkige, ungewöhnliche Titel, die die meisten Menschen da draußen überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, also die Christian-Liste solltet ihr euch auf jeden Fall merken, nur geht bitte nach uns dahin. Ich würde dann tatsächlich mal jetzt tiefer in meine Liste greifen, um vielleicht so ein bisschen an diese wunderschöne Christian-Liste anzuschließen und auch nochmal drei so ein bisschen Titel raushauen, von denen ich nämlich auch überhaupt nicht weiß, können die was oder sind die einfach nur seltsam. Das wäre zum einen Fashion Police, dann Message from the Stars und Aconteceres. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Fashion Police ist ein Deduktionsspiel, in dem wir uns irgendwie anziehen müssen im Spiel und dann muss man rausfinden, wer zu welcher Veranstaltung geht. Keine Ahnung, klingt seltsam. Message from the Stars ist ein Deduktionsspiel, in dem wir so ein bisschen die Sprache der Aliens rausfinden wollen und das hat so auch so irgendwie so, sieht halt cool aus. Kleine Würfel, die man in so Gesetzkästen einsetzen muss und tja. Und Aconteceres ist so ein, es ist ein Autobattler schon wieder, aber wir draften hier irgendwie so Teams auf so typischen Siedlerplättchen und ja, lassen die scheinbar kämpfen. Weiß Bescheid. Ja, hören sich auch alle auf jeden Fall. Ja, interessant. Autobattler weiß ich jetzt nicht. Da gibt es halt das Champions, das finde ich schon super. Challengers. Challengers. Champions war die Partyspielvariante. Das stimmt, das war die Partyspielvariante, ja. Einen Autobattler habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste, allerdings taucht er auch nicht in der App auf, sondern nur der Aussteller und das ist AI Popcalypse oder ja, AI Popcalypse heißt das Ganze. Ist auch so ein Autobattler mit Robotern und Klang ganz niedlich würde ich mir mal angucken wollen. Ist kein oh, das muss ich auf jeden Fall haben, sondern why not? Mal gucken. Ich habe einfach ganz mutwillig alles übergangen, was irgendwie mit KI oder AI war, weil ich das nicht mehr hören kann. Und ich hoffe, dass das kein Thema wird, was jetzt ständig auftaucht. Ich muss sagen, der Titel hat mich auch schon fast abgeschreckt. Ja, und da kann ich auch noch was nennen apropos Realitätsflucht. Ich bin super heiß auf das Spiel Chu Han oder so ähnlich wird es gesprochen. Das ist ein wieder für zwei Personenspiel, ein Kartenspiel von Tom Lehmann. Den kann man zum Beispiel kennen von Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy oder auch Race Arcana. Alles drei tolle Spiele, wie ich finde. Und er hat noch viel mehr Spiele, die man auch zum Teil echt gut spielen kann. Und da ist die Illustration so Bombe bei dem Spiel. Das ist so ein Spiel, das werde ich mir auf jeden Fall anschaffen und da werde ich mir einfach nur wünschen, das muss gut sein, damit man es auch auf den Tisch bekommt, weil es hervorragend aussieht. Also das Cover ist so eine tolle Grafik, das könnte man sich auch als Bild an die Wand hängen, finde ich. Und auch die ganzen Karten sehen total toll aus. Also da haben hier die Personen, die das illustriert haben, das sind Maxime Erceau und Ryan Ferriera oder so ähnlich. Also sie haben da super Leistungen hingelegt, eine super Arbeit. Er scheint bei Matagot und da bin ich auf jeden Fall super gespannt drauf. Peter, das ist eine wunderbare Idee mal für einen Podcast, Spiele mit tollem Cover. Ja, okay. Da werdet ihr wahrscheinlich frei. Bildbeschreibung macht immer richtig Spaß im Podcast. Das ist richtig. Verdammt. Da werdet ihr wahrscheinlich auch bei dem Verlag, also bei Matagot oder Metagot oder wie auch immer die heißen, werdet ihr wahrscheinlich häufiger landen, weil ich finde, die haben häufig solche Sachen, wo man echt denkt, boah, das ist aber jetzt echt schon ganz schön beachtlich. Nur leider steckt dann manchmal nicht so viel Spiel dahinter, wie ihr häufiger mal aufgefallen ist. Aber optisch ist das Bombe. Ich habe auch noch tatsächlich, das sage ich jetzt sofort dazu, ein Solospiel mit dabei. Das ist deine Messe, Alter. Gut zu wissen. Ich lerne ja noch dazu. Philipp und Dennis, ihr seid raus. Könnt die Kopfhörer weglegen. Kingdom Legacy, das erscheint bei Fricks Games oder ist sogar, wenn ich jetzt gucke, das ist sogar schon, glaube ich, raus. Zumindest, das Erscheinendatum ist hier mit 04, 20, 24 angegeben. Und das ist ein Solospiel für nur 16 Euro. Und das ist ein Spiel, wo man erstmal 10 Karten hat als Standardspiel. Und dann soll man ein Legacy-Spiel rausspielen mit der Spielzeit von 360 Minuten. Und das will ich mir einfach angucken, weil ich denke mir, wie soll das denn funktionieren? Also das macht mich einfach nur neugierig, ob man wirklich mit so wenig Karten erstens ein Legacy-Spiel realisieren kann. Die schreiben selber dazu, das ist das kleinste Solo-Legacy-Spiel der Welt. Und da will ich einfach sehen, wie die das gemacht haben. Und ob das funktioniert. Und ob es dann am Ende auch noch interessant ist. Das werde ich mir auf jeden Fall mal auf der Messe angucken. Und das ist jetzt kein Spiel, was ich blind mitnehmen werde, sondern gucke ich eher, wenn ich die Zeit habe. Ansonsten, okay, es kostet 16 Euro. Wenn ich nicht zum Gucken komme, dann werde ich es vielleicht doch einfach mitnehmen. Aber ja, ich glaube, also da habe ich eher den Verdacht, es klappt nicht so gut. Aber mal gucken. Ich bleibe zu hoffen, dass sie das nicht so gemacht haben, nur um draufschreiben zu können, dass es das kleinste Solo-Legacy-Spiel ist. Das funktioniert ist schräg. Schön. Einen Audio-Beitrag haben wir noch vom Thomas. Lehnt euch zurück. Thomas hat auch richtig in seine Liste ausgegraben und erzählt ausführlich über diverse Titel. Viel Spaß. So, hallo. Mein Name ist Thomas und ich stelle euch heute die Sachen vor, die mich in Essen interessieren. Zum einen ist das Charak 2 Imperium. Das ist eine Erweiterung von Charak 2. Letztes Jahr hatte ich Charak 2 ausgelassen. obwohl ich es gespielt hatte und es hat mir sehr gut gefallen. Es hat nicht viel zu tun mit dem originalen Charak, außer dass jetzt das Artwork ein und dasselbe ist, mehr oder weniger, und die Charaktere da auch zum Teil mitspielen. Allerdings haben wir da ganz andere Mechaniken und so. Ich hatte das mit zwei Personen gespielt, das hat mir echt gut gefallen. Allerdings war mir der Preis damals zu hoch. Dieses Jahr ist er wahrscheinlich nicht geringer. Aber mit der Erweiterung, vielleicht gibt es da ein nettes Bundle und dann hat man das direkt erweitert. Wenn man jetzt ein Spiel holen sollte, direkt mit Erweiterung, wo man das Grundspiel erst einmal gespielt hat, weiß ich nicht. Aber naja, kennt ja jeder vielleicht die Situation. Dann habe ich ein weiteres Charak und zwar Charak Goblin. Charak Goblin haben wir jetzt letztens erst gespielt. Das ist so ein kleiner Deckbilder, in dem man Karten hintereinander ausspielt, um Monster zu besiegen. Die erste Karte, die man spielt, hat dann eine einfache Farbbedingung, die auf die nächste Karte geht und man muss dann eine Reihe auslegen. Die Karten haben verschiedene Effekte wie Angriff, Schild, neue Karten ziehen, sich heilen und, und, und. Und dadurch kann ich halt lange Reihen legen, weil ich auch unter Umständen wieder eine neue Karte ziehen kann. Die hat wieder andere Farbvoraussetzungen und so weiter. Und ja, jetzt gibt es mit Charak Goblin Nexus da eine Erweiterung. Das ist für mich eigentlich ein Blindkauf. Das ist ein kleines Spiel. Ich denke mal, das wird sowieso nicht viel kosten. Deswegen nehme ich das mit, zugegebenermaßen. Wir haben es zu viert gespielt. Da war die Spielzeit ein bisschen lang. Also ich würde mal sagen, Charak Goblin ist eigentlich ein sehr cooles Zwei-Personen-Spiel. Mit viel mehr Leuten würde ich da nicht rangehen. Dann habe ich Tea Garden. gesehen. Warum ich das auf meine Liste in der App gesetzt habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Ich habe mir das aufgemacht auf BGG und ja, das spricht mich optisch sehr gut an. Und wir haben bei Tea Garden anscheinend Worker Placement und Deckbuilding. Und ja, das ist ja was, was in letzter Zeit oft in auch sehr erfolgreichen Spielen kombiniert wurde. Und allein optisch spricht mich das extrem an. und ja, das ist auch von Albi, sehe ich gerade. Das heißt, meine ersten drei Picks in der Halle 2 sind alle von Albi beim Stand 2B631. Wir bleiben in Halle 2. Können wir das ja einfach jetzt hallenspezifisch mal abarbeiten. Das ist Boblins Rebellion. Das ist von den Leuten, die auch Dungeon Drop und so gemacht haben. Und zwar scheint das ein Engine Builder zu sein mit kleinen Würfeln, die irgendwie aussehen wie lustige kleine Boblins. Und die sind auch unsere Ressource, anscheinend unsere einzige Ressource. Und damit versuchen wir irgendwie was zu machen. Ehrlich gesagt, aus den Bildern kann man überhaupt gar nicht so richtig sehen, was man damit macht. Aber dafür würde ich gerne mal da vorbeigehen, ohne mich jetzt groß reinzulesen und einfach mich mal da einführen lassen in das Spiel. Dann haben wir hier Schwarze Witwen. Das ist von B-Rex Entertainment. Tatsächlich habe ich da jetzt noch nicht so viel Gutes tatsächlich von gehört. Das Thema spricht mich halt irgendwie an, so verrückt das klingt. Man muss halt anscheinend als Witwe versuchen oder sich selber zur Witwe zu machen und durch das Vermögen, was man dadurch erwirtschaftet, immer mehr Geld zu bekommen, um eine bessere Partie zu bekommen und irgendwann, ich weiß nicht, was war es, den Duke oder so zu heiraten, den man dann wahrscheinlich entweder auch um die Ecke bringen muss oder so, keine Ahnung. Hört sich vom Thema super spannend an, hat bei Board Game Geek auch nur eine 6,9. Das ist jetzt nicht so viel und tatsächlich habe ich gehört, dass das Thema anscheinend ansprechender oder lustiger ist wie das eigentliche Gameplay. Deswegen, ja, aber trotzdem mal reinspielen oder so, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich trotzdem gern. Dann haben wir London. Ja, kurzer Abriss dazu. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es sieht nach einem komplexen Eurogame aus, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt bei mir jemals auf dem Tisch landen würde. Trotzdem hat sich das irgendwie interessant angehört, wenn andere Leute darüber geredet haben. Ist auch B-Rex Entertainment, auch Halle 2 und, ja, gucke ich dann mal, ob da irgendwas dabei ist. Dann habe ich, genau, geht es weiter in Halle 3. In Halle 3 bei Frosted Games. In aller Munde ist ja gerade im Moment überall Andromedas Edge. Das sieht natürlich sehr episch aus, wie dann nach so einem Riesenspiel. Das ist auch eher was, was ich mir angucken werde. Nicht wirklich kaufen oder wahrscheinlich nicht das irgendwie, tatsächlich irgendwie den Gedanken zu fassen, das zu kaufen, um das irgendwann mal großartig zu spielen, weil mir, glaube ich, für solche Spiele einfach die Spielgruppen fehlen. Das sieht in der Hinsicht viel zu komplex und überladen aus, aber trotzdem, gerade dafür ist die Messe ja da, einfach mal da reingucken. Dann Skellig Games, auch immer noch Halle 3. 3 C 311 ist der Stand. Ja, Arborea. Das, wer da mal das Spielfeld gesehen hat, meine Güte, ist das bunt. Man denkt so, das ist einfach nur so ein Wimmelbild, wo man Sachen suchen muss. Man verbindet das, also ich persönlich verbinde das jetzt nicht direkt mit einem Spielfeld und auch die krassen neonfarbenen Karten und alles, was man da hat, das ist halt so extrem bunt, dass es irgendwie auch gleich wieder interessant aussieht. Der Komplexitätsgrad ist 3,69. Das ist auch wieder was, wo ich sage, ja, das würde ich gerne mal spielen und auch immer mal reinzocken, wenn ich die Chance dazu habe. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich unrealistisch, dass ich das öfters auf den Tisch bekomme. Wobei das auch mit einer Person geht und ich spiele auch gerne Solo immer mal wieder. Von daher könnte das ja auch noch eine gute Sache sein. Was ich sehr, sehr, sehr gerne mir angucken würde und was mich wirklich interessant stimmt, auch mit einem Rating von 8,3, ist von der Grand Gamers Guild und das kommt auch auf Deutsch von Board Game Circus, ist Endeavor Deepsea beziehungsweise Endeavor die Tiefsee. Und das hat mich optisch total angesprochen. Wir haben hier einen Komplexitätsgrad von 2,87. Ist dann ja irgendwie eher Kenner-Spiel, nicht wie die anderen vorher rangegangenen Spiele schon, was ist das gehobene Kenner? Helft mir gerade. Drück mal Pause und sag, was ist es? Kenner und Expertenspiel. So, ja. Ja, auf jeden Fall das sieht interessant aus. Irgendwie nach so ein bisschen Exploration irgendwie, dass ich oben mein Boot habe. Ich kann in die Tiefe gehen. Da schwimmen dann Delfine und Haie und was weiß ich nicht was. Und ich kann das anscheinend erforschen und so. Und wie auch bei vielen anderen Spielen hier habe ich mich nicht ernsthaft damit beschäftigt. Ich möchte mich eher dann irgendwie an den Tisch setzen und einfach mal da drüber gucken und vielleicht mal anzocken oder so. Ohne tiefgehend da mir jetzt irgendwelche Reviews oder so anzugucken. Und das sieht wirklich für mich super interessant aus. Dann Torgal. Torgal ist so ein Story-Spiel, aber auch ein sehr komplexes anscheinend, aber ist auch alleine spielbar. Daher für mich daher entgehend interessant, weil ich solche Story-Spiele oder Abenteuer-Spiele auch gerne alleine spiele. Das sieht halt auch sehr interessant aus. Da scheint es auch irgendwie ein Abenteuerbuch zu geben und so ein bisschen Worker-Placement-mäßig sieht das aus in so einem Club-Buch und so. Scheint viel Text zu sein. Kommt, glaube ich, auf Deutsch. Bei Pegasus ist von Portal Games Stand 3K 1,1,3 und ja, das hat mich auch sehr interessiert. Da hatte ich mir sogar, glaube ich, mal ein Gameplay-Video angeguckt, das ist aber auch schon was länger her. Das sah ziemlich interessant aus. Dann gehen wir weiter zu Queen Games bei den nächsten beiden Spielen. Das ist immer noch Halle 3, Stand 3, N411 und zwar ist das erste von den beiden Nova Roma. Das sieht auch sehr komplex aus, man muss irgendwie in Rom irgendwie was machen, man will irgendwas aufbauen. Nova Roma, you are head of ancient and noble Roman house. Okay, man verkörpert also ein Haus und muss dadurch irgendwie Siegpunkte machen, indem man in verschiedenen Arten und Weise punktet. Ich glaube, man kann bei Gebäude errichten, Seerouten erstellen, Ressourcen gewinnen und Rennen im Hypotrom machen und so weiter. Scheint also viel zu tun zu sein. Das Spielfeld sieht auch sehr heftig aus. Also da scheint eine ganze Menge zu tun zu geben. Wie komplex das jetzt ist, 3,13 ist auch schon wieder im roten Bereich, dann eher im Expertenlevel, keine Ahnung, ist was, wo ich mal gerne reingucken würde, aber vom Thema her spricht mich fast eher das nächste an und das ist Nassau. Da gibt es fast überhaupt gar nichts zu. Habe ich in dem einen oder anderen Podcast mal was von gehört, von Leuten, die auf dem Queen Games Pressetage waren. Hat sich interessant angehört, das gefällt mir alleine wegen dem Thema schon ein bisschen besser, ist nicht ganz so komplex angeblich, hat aber auch fast gar keine Bewertung, keine Bilder, gar nichts, also da würde ich einfach mal gerne so reingucken. Als nächstes Valheim, The Board Game, war ein Kickstarter oder Gamefound, ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas auf jeden Fall, Crowdfunding und das sah auch super interessant aus, ich habe mich aber gegen entschieden, das zu backen, jetzt muss ich mal hier den Tab aufmachen, dazu gibt es genauso wenig dazu, wie zu Nassau, gerade deswegen würde ich es mal gerne mir angucken, bei Mood Publishing stand 3R112 und wahrscheinlich ist da eine ewig lange Schlange, weil ich glaube, dieser Kickstarter oder Gamefound oder was für ein immer Crowdfunding das war, das ist auch komplett durch die Decke gegangen, deswegen wird wahrscheinlich die Chance, da mal reinzuzocken, relativ gering sein, aber man kann es sich ja zumindest mal angucken, gucken, wie andere Leute das spielen und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, da reinzugucken. Dann From the Other Side von Screebabs, das ist 3X111 und das ist das Blind Guardian-Brettspiel, Blind Guardian, lange eine meiner mitliebsten Bands, die ich gehört habe, das Spiel, es gibt 13 Bilder und ich finde, die werben jetzt nicht unbedingt dafür, also das sieht ultra trist aus und so mittelschön bis, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber halbwegs hässlich, aber trotzdem könnte das interessant sein, wenn man die Chance hat, da reinzuzocken, würde ich das gerne auf jeden Fall tun. Es gibt auch ein Meet the Blind Guardian auf der Spiel, die sind glaube ich beim Ulysses Stand, Freitag, 4. Oktober von 2 bis 5 Uhr, also super cool, der Drummer von Blind Guardian hat das glaube ich mitentwickelt oder sogar entwickelt und hat das dann mit dem Screebabs überarbeitet und gibt das dann raus, würde mich auf jeden Fall einfach mal interessieren. Die Screebabs, die hatten ja auch schon so Metal-Spiele gemacht wie Powerwolf und so, aber die, da habe ich mich nie mit beschäftigt. Wir kommen zu Halle 4. Halle 4 spricht mich vor allem anscheinend das Age of Comics an. Das sieht eigentlich ganz cool aus, allein vom Thema supergeil, Comics schreiben. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Workerplacer ist oder so, wie gesagt, ich habe mich da nicht so richtig mit beschäftigt mit der ganzen Geschichte. Meistens schnappe ich sowas bei irgendwelchen Podcasts auf und schmeiße mir das dann auf die Liste, wenn irgendjemand positiv darüber redet. Sie spricht mich optisch auf jeden Fall an, ist in so einen älteren Stil gehalten und hat auch nicht viel Text, das heißt, normalerweise kaufe ich nicht gerne englische Spiele, wenn die Anleitung englisch ist, ist mir das komplett egal, aber wenn ich halt auf den Spielgruppen, die ich so habe, da ist es schwierig, englische Spiele auf den Tisch zu bringen, deswegen würde mich das stören. Hier scheint aber fast kein notwendiger Text zu sein auf den Karten, das scheint es aber auch nicht auf Deutsch zu geben, ist der Stand 4D323 von Lirios Games, ja, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Dann haben wir in Halle 5 und in Halle 6 von Two Manta das Spiel Stickers. Ich habe mir das auf die Liste geschrieben und ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, warum anscheinend hat irgendjemand mal irgendwann gut darüber geredet, weil als ich mir das jetzt angeguckt habe, habe ich mir gedacht, verdammt nochmal, warum hast du das auf die Liste gemacht, das sieht irgendwie komisch aus. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass das irgendwie ein Legacy-Spiel ist oder so, aber anscheinend ist das nur so ein Set-Collection-Spiel mit wohl niedlich gestalteten Karten, die man sich dann da einfach rauslegt und dadurch aus der Auslage oder so irgendwelche Effekte triggert. Also scheint das auch so eine Art Set-Collection- in Engine-Builder zu sein. Ja, scheint mich interessiert zu haben, irgendjemand hat gut darüber geredet, deswegen ich werde mir das angucken. Dann nächster Punkt, das Vorgängerspiel vom folgenden Spiel gefällt mir eigentlich ganz gut, obwohl es richtig schlecht bewertet ist eigentlich. Auf Bordgang geht, hat nämlich Arschlochkind nur eine 5,7 bekommen. Ja, also so immer mal wieder zwischendurch finden wir das eigentlich ganz lustig. Man muss einfach klarkommen damit, dass das halt nicht so politisch korrekt ist und dieses Jahr kommt anscheinend der Nachfolger auf die Spiele und zwar Arschloch-Mensch und das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, vielleicht ist es genauso lustig. Man braucht halt die richtige Gruppe dafür, die diesen Humor versteht. Bei uns ist eigentlich immer ganz gut angekommen, hat natürlich keine große Tiefe das Spiel oder so und man hat auch nicht 100% wirklich einen Einfluss darauf, ob man das Spiel gewinnt oder nicht, aber nachher hat man echt über sein verzogenes Kind viel zu erzählen, deswegen bei uns immer ganz lustig. Arschloch-Mensch hoffentlich schlägt in die gleiche Kerbe und das würde mir gut gefallen. Dann kommen wir in Halle 6. Halle 6 hat Stickers, das scheint, also hatte ich mir zweimal sogar gemacht, einmal die deutsche und einmal die englische Version. Dann kommt Campus Galli, habe ich mir eben nochmal kurz angeguckt, habe mich gefragt, warum um alles in der Welt ist, was auf deiner Liste gelandet, habe ich wieder weggemacht. Scheint irgendwie so ein Plättchenlegespiel gewesen zu sein, aber beschäftige ich mich jetzt nicht mal weiter mit. Dann kommt die Crew Family, das wiederum interessiert mich sehr, denn, ja, hier haben wir auch wieder eine Zwei-Personen-Variante drin, die Crew hatten wir auch tatsächlich, habe ich mit meiner Frau einige Male gespielt, auch eigentlich zu zweit oft. Stichspiele sind eigentlich gar nicht so mein Fall, bei der Crew war das irgendwie cool, weil man dann halt immer diese Aufgaben hatte, so ein bisschen da dran gehalten wurde, das öfters zu spielen oder so. Generell kann ich ja immer mit Stichspielen nicht so viel anfangen. Hier wird das ja alles so ein bisschen anders gemacht. Ich glaube, was war das mit einem Mau Mau oder so Prinzip oder so, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das könnte ich mir vorstellen, dass mir das besser gefällt wie ein Stichspiel. Dann wieder ein echtes Highlight von mir, womit ich mich auch ein bisschen beschäftigt hatte. Das ist Dungeon Legends, das ist bei Rebel Studios, Halle 6 sind wir immer noch, 6D102 ist der Stand. Das ist so ein über 5 Szenarien gehendes Abenteuerspiel mit Deckbuilding Elementen. Und wir kämpfen uns einfach durch so einen Dungeon, da gibt es jetzt keine Standees oder so, sondern es gibt so ein Spielfeld und da werden Karten ausgelegt. Wir legen unsere Karten, unseren Helden da drunter irgendwie und bekämpfen dann die Monster, wie genau das tatsächlich geht. weiß ich gar nicht mehr so richtig. Ich hatte mir mal dazu ein Video angeguckt und habe gedacht, ja cool, das spielt in der Welt von einem Spiel, was ich mir auch unbedingt mal holen wollte, aber nie getan habe, das sind die Chroniken von Avel, also sind dieselben Macher. Chroniken von Avel war ja auch eigentlich ganz gut angekommen bei den allermeisten Leuten und deswegen gehe ich davon aus, dass die ihr Handwerk verstehen und wenn ich mich hier mal so durch die Bilder klicke, spricht mich das auch an. Gibt es auf Deutsch und in ganz vielen verschiedenen Sprachen? Da scheint auch nicht so viel Text drauf zu sein auf den Karten, aber auf manchen schon so ein bisschen, aber wie gesagt, die deutsche Version scheint am Start zu sein, deswegen werde ich mir das angucken. Dann Meadow. Meadow, das Abenteuerbuch. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung von Meadow, ich habe Meadow nie gespielt, das Abenteuerbuch ist irgendwie auch irgendwann mal erwähnt worden. Sieht ziemlich wild aus vom Artwork, irgendwie so Kinderbuch mäßig. Ich weiß gar nicht so richtig, was man in Meadow macht, aber ich würde auf jeden Fall mal gerne vorbeigehen und mir das angucken. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ist auch Rebel, also muss ich jetzt keinen großen Umweg machen, dann bin ich direkt da, wenn ich mir Dungeon Legends angucke. Dann kommt wieder was sehr Interessantes. Das ist Superstore 3000. Superstore 3000 ist von Space Cowboys. Stand 6D102 und scheint ein relativ simples Spiel zu sein. Ich glaube, da gab es jetzt auch noch gar nichts zu. Aber hier steht Playing Time 15 Minuten. Das ist ja so ein richtig kleines Ding, was man anscheinend so zwischendurch mal da machen kann. Warum nur shoppen, wenn du deine eigene Mall bauen kannst? Steht einfach taktisch spektakulär. Anscheinend baut man irgendwie eine Mall, wo Aliens und verschiedene andere, ja, Außerirdische oder was einkaufen kommen und man muss versuchen, anscheinend die durch irgendeinen Mechanismus zu glücklich zu machen. Und das sieht auch vom Artwork und so aus, so Jetsons mäßig. Und ich bin da echt drauf gespannt und das ist auch eins von denen, wo ich wirklich mir das gerne angucken würde. Dann habe ich wieder weggemacht. Herr der Ringe, Duell um Mittelerde. Das hatte ich eigentlich drin. Ich glaube, das ist auch komplett überlaufen, weil das auch im Moment in jeder Munde, aller Munde ist. Das ist von Repos. Stand 6D200. Scheint ja auch sehr cool zu sein. Zwei Spielerspiele kommen bei uns fast nie auf den Tisch. Deswegen habe ich es jetzt erstmal ausgespart. Ich meine, wenn ich die Chance hätte, mich mal hinzusetzen, würde ich es gerne einfach mal spielen. Ja. Jetzt habe ich selber den Faden verloren, aber egal. Machen wir einfach weiter mit bei Scorpion Mask. Das ist der Stand 6F300 und da gibt es die Dead Cells, das Dead Cells Spiel. War auch ein Kickstarter, hat mich auch interessiert. Da würde ich unglaublich gerne mal reinspielen und mir das angucken. Wirbt mit Explore, Kill, Die, Mutate, Repeat. Also exploriere, töte, sterbe, mutiere und versuche das Ganze nochmal von vorne. Ist anscheinend so ein Rough Light Spiel. Das heißt, man bekommt immer wieder was, wenn man stirbt, um es dann ein bisschen weiterzukommen. Kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich ziemlich cool ist. Der Verlag, da haben wir auch schon einige nette Spiele gehabt. Lustigerweise fällt jetzt mir kein Beispiel ein. Die Zombie Kids Reihe ist beispielsweise von denen, glaube ich. Und ja, hat auch nur eine Board Game Geek Schwere von 2,4, ist also noch nicht so komplex und hat ein Rating von 8,0. Jetzt weiß ich nicht, wie aussagekräftig das ist, weil gespielt haben kann das, glaube ich, noch keiner so richtig. Ja, ich bin trotzdem mal gespannt und guter Dinge, dass mir das gefällt. Ja, und das waren meine Neuheiten, die ich mir angehakt habe. Generell freue ich mich auf die Messe. Ich erkläre bei Heidelbeer-Spiele die, äh, verschiedene Spiele. Welche genau, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Äh, das wird sich dann zeigen. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach mal vorbeikommen. Vielleicht erkläre ich euch dann was. Bis dahin. Tschüss. Euer Thomas. Ja, krasse Liste, äh, vielen Dank für den ausführlichen Beitrag. Ja, Teagarden haben wir vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, weil es eben auch, äh, jetzt müssen wir vielleicht den Namen des Autors auch mal nennen. Thomas Schrollek oder so ähnlich. Thomas Schrollek, würde ich sagen. Kann man vielleicht so aussprechen. Genau, eben der Autor, der auch Seti macht und Galileo Galilei. Genau, bei dem fällt mir auf, auch ein Thema, was jetzt immer häufiger kommt, ist irgendwie China und chinesische Kultur, habe ich so das Gefühl, kommt jetzt auch immer häufiger. Ist jetzt auch, glaube ich, noch nicht das erste Mal, dass es mir auf dieser Liste entgegengelaufen ist. Aber ich finde, das ist so ein Thema, das gab es immer irgendwie so ein bisschen, oder? Ja, aber eher so in so obskuren Spielen, fände ich. Okay. Also welchen, die nicht so gehypt waren, die nicht so groß produziert waren, sondern eher so so Nischensachen. Das ist ja, also ich meine, das ist auf jeden Fall, warten eine Menge Leute drauf, glaube ich. Auch wenn Albi jetzt nicht der größte Verlag ist, glaube ich, zumindest nicht hierzulande. Aber das ist mir jetzt auch schon häufiger aufgefallen, auch so ein Thema. Ich beobachte immer so Trends und das könnte vielleicht auch eins Neues werden. Weil aber auch Tee so ein Thema ist, was ja auch schon immer wieder auftaucht. Ja, genau, Tee. Ja, ich kann noch was zu Endeavor sagen. Also ich habe jetzt tatsächlich das Endeavor Age of Sale bei mir im Schrank stehen. Ich habe es mal mit Freunden gespielt, fand es hervorragend, habe es mir dann auch besorgt. Habe, glaube ich, sogar noch eine Erweiterung hier stehen und ich habe es seitdem nicht gespielt. Ist ein Kandidat für Pile of Shame. Kleine, wer bis hierhin durchgehalten hat, ja, und dann irgendwann mal die Pile of Shame-Folge hört, der weiß dann schon Bescheid, worüber ich spreche. Auf jeden Fall, das ist ein klasse Spiel. Ich habe es so toll in Erinnerung, dass ich es unbedingt wieder spielen wollte. Es hat eine super Produktionsqualität und jetzt ist ja dieses Deep Sea im Prinzip, das Spielprinzip gepackt von übermehr einfach nach unten, dass man quasi ins Meer absinkt und hier so einen Tauchspielcharakter hat. Da bin ich mal gespannt, wie die das gemacht haben. Es hat jetzt schon, ähm, hat schon fast 300 Bewertungen und das ist aktuell bei 8,3 auf Board Game Geek. Also es scheint bei den Leuten, die es jetzt gekauft oder unterstützt haben, auf jeden Fall sehr gut anzukommen. Und ich glaube, es hat auch unfassbare Vorschusslorbeeren eben aufgrund des Vorgangertitels und soll eben dem auch gerecht werden, ne? Ja, also wenn die jetzt hier auch so eine Produktionsqualität hatten, haben, wie sie es halt beim ersten Age of Sale Teil hatten von Endeavor, dann ist das schon mal auf jeden Fall jetzt von der Qualität her ein super Spiel. Spieltechnisch war es eben auch richtig gut. Und wenn sie daran noch gefeilt haben, das nochmal optimiert haben, verbessert haben an den richtigen Stellschrauben, dann könnte hier tatsächlich wirklich ein richtig gutes Spiel rausgekommen sein. Wo ich hoffe, dass es ein richtig gutes Spiel wird, das ist From the Other Side. Normalerweise haben die Spiele von Metal Bands mittlerweile nicht mehr den allerbesten Ruf. Sie sind oft interessant, oft sehr eigene Optik, aber am Ende ist der Spielspaß immer so ein bisschen durchwachsen gewesen, habe ich so das Gefühl. Und ich hoffe, dass das bei From the Other Side deutlich besser wird. Äh, Metal Band? Um wen geht's denn da? Naja, Blind Guardian. Und die liefern auf jeden Fall den passenden Soundtrack für das Spiel, finde ich. Äh, ein Dungeon Crawler mit Blind Guardian Soundtrack, ja, da bin ich dabei. Ähm, das klingt nach einem Spiel, das mir sehr viel Spaß machen könnte. Ähm, da hab ich Hoffnung. Nachdem ich schon mal, ja, nachdem ich schon mal eins von diesen besagten Metal-Spielen rezensieren musste und das glaube ich bis dato das Spiel ist, was ich mit Abstand am schlechtesten rezensiert habe, ich glaube, es war irgendwas mit 40 oder so, ähm, wäre ich da auch vorsichtig. Ähm, ich nenne es immer keinen Namen, man kann das mit Sicherheit herausfinden bei uns auf der Website. Ist auf jeden Fall lesenswert, was ich da drüber so geschrieben. Weiten Genre der Heavy-Metal-Band-Brettspiele. Ich hätte da aber auch genauso viel Sorge, ne? Also, das hatten wir vorhin ja auch so ein bisschen dieses Thema, dass IP-Spiele ja irgendwie oft schwierig sind und das geht mir hier genauso. Ich hab immer das Gefühl, das ist so ein Fanservice und dann ist es für einen Fan ist es einfach ein Must-Buy und gut ist. Alle anderen spielen Probe. Ja, gerade genau. Bei so Bands und so hab ich das Gefühl, es ist für die so ein bisschen einfach nur so ein Merch-Artikel. Ähm, und da bin ich dann auch mal so ein bisschen, oh Gott, also wenn ich mir, wenn ich eine Band gut finde, dann kaufe ich vielleicht irgendwas, was ich, was, was ich nicht nur hinstellen kann und am besten im Schrank lasse. Ich hoffe, dass es einfach ohne, dass Blind Guardian groß auf der Box stehen müsste, trotzdem ein gutes Spiel ist. Oder um es anders zu formulieren, it all depends on the deliverance. Also, was bei dem Spiel auf jeden Fall ganz spannend aussieht, ist so, wie der Spielplan gestaltet ist. Die werden nämlich, wenn ich das richtig verstehe, die haben die sehr seltsame Form. Ich hab mir nur so ein paar Bilder angeguckt und die werden nicht unbedingt nur aneinander gelegt, sondern auch, wenn ich's richtig gesehen hab, so seltsam übereinander, wodurch wieder ganz andere Räume entstehen. Und das fand ich ja einen ganz spannenden Ansatz, um mal eben weg von diesen typischen, ich leg ein Plättchen an ein Plättchen und dann suche ich Plättchen 12c raus. Ah, das ist auf der Rückseite von 12d und dann muss man das umdrehen und hat einfach diese Wustern-Plättchen, die man immer vorher raussuchen muss, um Dungeon zu bauen. Und wenn das eine Art ist, die funktioniert, das ist vielleicht auch ganz spannend. Und vielleicht wird dadurch auch dieses Other-Side-Thema irgendwie transportiert. Keine Ahnung. Ja, da ist mir noch aufgefallen, das ist London, die deutsche Version von London. Englische Version von dem Spiel ist ja schon jetzt eine ganze Weile raus, 2017 oder 2018 oder so war das, von Martin Wallace. Da muss man, glaube ich, nicht mehr großartig was zu sagen zu den Autoren. Ist ein extrem klassisches Euro-Spiel. Also das ist so klassisch, dass man es fühlt. Also das fühlt sich auch, man könnte es jetzt negativ sagen, es fühlt sich alt an, aber gar nicht unbedingt ist es was Schlechtes. Es fühlt sich eben auch sehr klassisch an. Und das mit dem Namen London, das ist doch gar nicht Europa. Tja, also Europa ist es schon. Ja, ich weiß es. Es hat nicht besser gepasst. Ja, jetzt hast du den Jog ein bisschen versaut. Nee, aber es ist ein klassisches Zero-Game. Also Leute, die sowas mögen und dann einfach in so einem sehr eleganten Rahmen, in so einem eleganten Korsett können sich das auf jeden Fall angucken. Mich hat es nicht so vom Hocker gehauen, weil es mir dann ein bisschen zu trocken war. Aber ich denke, wenn man wirklich auf solche Klassiker steht, dann ist das schon nicht schlecht. Vor allem weil die, das Highlight an dem Spiel ist eigentlich die Box. Die Box ist fantastisch von diesem Spiel. Das ist eine sehr, sehr wertige, sehr hübsche Box, die sich so von der Seite aufklappen lässt. Fast wie so ein Buch. Das ist sehr schön. Es fühlt sich alles sehr edel an. Ja. Du machst gerade keine Werbung für das Spiel, in dem du sagst, das Highlight des Spiels ist die Box. Ja, das ist leider das Positivste, was mir eingefallen ist. Nein, das stimmt gar nicht. Nein, das Spiel ist nicht schlecht. Es hat mir schon gefallen, aber es war mir einfach dann nicht genug. Es war dann, für mich war es schnell, ein bisschen semi. Und das ist, obwohl ich eigentlich solche Klassiker mag, aber vielleicht war es auch einfach nicht meine Richtung. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich glaube auch, dass ich, wenn ich ein Hero mit britischem Thema spielen wollen würde, was bei mir selten genug vorkommt, aber wenn, dann würde ich, glaube ich, eher zur Obsession greifen als zu London. Ja, es geht dann schon in eine ganz andere Richtung, aber ich denke, auch wäre bei mir wahrscheinlich auch so, weil London ist halt wirklich, fühlt sich halt auch nicht so, also Obsession ist ja ein sehr, sehr besonderes, einzigartiges Spiel, könnte man sagen. Und London fühlt sich halt so ein bisschen an, wie viele Euros, die man früher so gespielt hat. Ein eher einzigartiges Spiel ist Andromeda's Edge. Zu dem kann ich tatsächlich schon was sagen, weil der Kickstarter, beziehungsweise die Gamefound-Kampagnen-Auslieferung ist bei mir schon eingetroffen. Ich habe das jetzt, ich glaube, dreimal insgesamt schon gespielt, unter anderem auch Solo. Und es ist natürlich in der Deluxe-Variante eine Riesenbox, die schon wieder in kein Regal passt, was mich mal wieder ärgert und nervt und es aber trotzdem auf dem Tisch einfach wirklich was hermacht. Es ist quasi der geistige Nachfolger von Dwellings of Eldervale, was auch der Grund ist, warum ich damals in die Kampagne eingestiegen bin, weil man eben an Dwellings of Eldervale gar nicht mehr, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn dann nur auf dem Sekundärmarkt zu ganz unglaublich schlimmen Preisen rankommt. Kommt jetzt übrigens bei Schwerkraft. Ja, das ist angekündigt, aber mehr weiß man da noch nicht. Also das jetzt würde ich in Anführungsstriche sagen, ich kann dieses Wort aussprechen, in Anführungsstriche Zeichen setzen. Ich habe gar nicht jetzt gesagt. Genau, Andromed as Edge hänge so ein bisschen und weiß gar nicht, warum mir das gefällt, weil das irgendwie so Sachen macht, die mich auch während des Spiels nerven. Das hat so einen Mangel irgendwie da drin, aber das hat so einen Mangel, den man halt lösen möchte und der einem dann irgendwie Spaß macht. Also es fühlt sich gleichzeitig belohnt an. Es hat irgendwie so Arten, die man auch aus anderen Spielen nicht kennt. Im Grunde ist es ein Arbeiter-Einsatz-Spiel, wo wir unsere Raumschiffe auf diese Weltraumfelder setzen und die haben dann aber erstmal eine Reichweite, wie weit entfernt die von ihren anderen Schiffen eigentlich nur dürfen und es kommt dann dauernd dann zum kleinen Kampf und der Kampf ist aber überhaupt nicht so nervig, wie man es aus tausend anderen Spielen kennt, dass man hier irgendwie nach vier Stunden Schlachten auswürfeln muss, sondern im Grunde guckt man, wie viele Würfel man hat. Das sind maximal sechs, mehr kann man nicht haben. Die würfelt man und der höchste Würfel gewinnt. Bam. Ist das nicht genial? Das heißt, theoretisch kann ein Würfel gegen sechs würfeln und ich würfel mit dem Einwürfel eine sechs und der andere Spieler nur eine fünf, dann hat die sechs gewonnen und der so. Und das ist einfach so entspannt, weil es einfach so eine schöne Glückskomponente hat und die einfach nur sagt, wenn du mit mehr Schiffen drin bist, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass du gut würfelst, aber das war's. Und das tut halt auch nicht weh, das ist in zwei Minuten abgehandelt, man muss nicht 20.000 Sachen gegeneinander rechnen und sagen, warte, ich hab noch hier dieses Schild, das zieht von dem wieder drei ab und dann macht das das hier und dann musst du den Würfel noch hinter der Hand, hinter dem Rücken noch zweimal im Kreis drehen und darfst ihn dann erst würfeln und so. Ihr wisst, was ich meine, Art-Engine-Builder-Mechanismus, in dem wir quasi aus vier verschiedenen Bereichen uns Karten, so Module nehmen können, die wir dann mit unseren Schiffen, auch wenn wir sie dann von Bord holen, auslösen können und da haben wir so ein bisschen Ressourcen drauf oder irgendwelche anderen Fähigkeiten. Und was machen wir eigentlich? Wir versuchen, dieses Universum zu besiedeln, indem wir da einfach Gebäude oder irgendwelche Entwicklungen, nennen sie sich im Spiel, draufbauen, die uns dann wieder Siegpunkte geben und das wird bis zu einer gewissen Siegpunktzahl gespielt und dann gibt's noch eine kleine Schlussabrechnung und fertig ist das Ding. Ja, und irgendwie, wie gesagt, macht es Sachen anders und ich würde nicht mal sagen, erfrischender dadurch, aber es macht's einfach so gut anders, dass es mir gerade sehr gut gefällt. Wir haben natürlich eine unzählige Vielzahl an irgendwelchen Rassen, die alle so unterschiedliche Fähigkeiten nochmal haben. Es gibt so einen Computergegner quasi, es gibt so Raiders im Spiel, die eben auch damit rumfliegen und mit uns kämpfen, die auch wieder das Spiel beeinflussen. Ja, gutes Ding. Angucken. Das ist ein Spiel, das ich mir nicht auf der Messe angucken wollen würde. Für dieses Spiel muss man sich Zeit nehmen und da ist, ich finde, da ist einfach die Messe nicht die richtige Umgebung für. Vielleicht, um einen groben Einblick zu kriegen, aber, ähm, das ist so ein Spiel, ich möchte, das interessiert mich tatsächlich, das ist die Form von Euro, mit der ich arbeiten kann, weil es auch nicht nur ein Euro ist, sondern eigentlich viel mehr. Und, ähm, ich bin froh, dass du es hast, Peter, dann können wir das nämlich mal, äh, in einem viel angenehmeren Setting testen, als da im, mitten der hektischen Hallen. Dafür ist es auch definitiv zu viel, aber um mal es vielleicht anzuspielen, mal eine 20 Minuten sich da ranzusetzen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, dafür reicht's auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir eine gute Demo da haben, denn wenn so ein komplexes Spiel eine mittelmäßige, nur eine mittelmäßige Demo schon hat, dann fällt das in so einem Umfeld komplett durch. Wobei es eben gar nicht so komplex ist, wie du vielleicht erwartest. Es sind halt nicht irgendwie 500 Aktionen, die man machen kann oder so, ne? Es sind einfach, setz dein Flugzeug oder dein Schiff auf diesen Planeten, nimm den Mond fertig, so. Nimm noch deinen Leader mit nach Hause, nächstes. Also, es gibt auch wirklich so kleine Sachen, da passiert gar nicht viel. Die eigentlichen Aktionen, in Anführungsstrichen, sind, glaube ich, sechs, man hat so sechs Standardbasen quasi, die in diesem Weltraum verteilt sind und da sind quasi sechs Standardaktionen drauf. Also, es ist gar nicht so wahnsinnig viel. Es sieht halt nach unglaublich viel aus, weil man auf dem Board, auf dem Tisch liegt einfach wahnsinnig viel Kram rum. Ja, da haben wir heute einen XXL-Podcast produziert. Man merkt einfach, dass wir Bock auf die Messer haben alle und ganz, ganz unterschiedliche Schwerpunkte auch setzen und ganz viel Bock auf sehr unterschiedliche Spiele haben, was ich sehr cool finde. Das stimmt. Also, ganz, ganz viele unterschiedliche Titel, die ganz unterschiedlichste Geschmäcker ansprechen und wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Zuhörenden jetzt hier mitgeschrieben haben, sich im Gedanke vielleicht noch mal das ein oder andere Spiel mitnehmen konnten. Ich würde gerne noch so als kleines Resümee sagen, auch wenn ich hier meine Liste einfach noch sehe, wie viele Titel da noch so drauf sind, die ich irgendwie spannend finde und mir noch mal gerne angucken würde oder über die wir auch noch mal zwei Stunden weiter reden könnten. Ich finde, das fühlt sich für mich wie eine sehr gut breit aufgestellte Messe an dieses Jahr. Ich finde, das Niveau ist in alle Richtungen, fühlt sich für mich so an, als ob ich überall was finden kann. Also, es gibt nicht diesen Hype-Titel für mich. Also, dieses Archenova-Übermonster steht da nicht. Aber ich habe das Gefühl, das Niveau ist allgemein noch mal richtig angestiegen. Ja, ich stelle erstaunlich wenig Fäkalien-Spiele fest. Ein Trend aus vergangenen Jahren, wo ich sehr froh bin, dass der sich nicht fortgesetzt hat. Aber dafür tote Tode. Dafür tote Tode, natürlich. Tödliche Tode. Ja. Tja, mit dieser super Erkenntnis, dass Sterben tödlich ist, gehen wir aus diesem Podcast raus, oder? Ja, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, Daniel Philipp, und das mit uns heute hier aufnehmen konntet. Genau, war cool mit euch. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank an die tollen Audio-Einsendungen. Auch dafür nochmal, ja, toll. Und vielen Dank an dich, Dennis, dass du auch wieder hier warst. Und an dich, dass du uns hier so wunderbar durchgeführt hast, Peter. Dankeschön. Ja, es war anstrengend. Ja, wir freuen uns wie immer über Feedback auf allen möglichen Kanälen. Lasst uns einen Kommentar bei Spotify da, was auch immer. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Tschau. Tschüss.